Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Nacht ist dunkel und voller Leaks. Wir haben uns so gut es ging drum rum geschlungen, damit wir auch die letzte Folge als Ganzes und wie sie angedacht war sehen und jetzt für euch besprechen können. Zum letzten Mal in einem Folgen-Recap zur ersten Staffel House of the Dragons hier beim Tele-Stammtisch begrüße ich an meiner Seite Dom. Hallo. Walla Domiris. Und als Gast für unser Recap zum Staffelfinale ein herzliches Walter Dolores an die Retterin in der Not. Theresia, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Dieses Walter Dolores, das werde ich jetzt glaube ich übernommen, irgendwie, irgendwie, das passt gut, das flutscht gut von der Zunge irgendwie. Kann man sich gut merken. Ja, ein letztes Mal für diese Staffel wenden wir uns also im Detail einer Episode zu Folge 10, The Black Queen, das Staffelfinale einer durchaus diskussionsreichen ersten Staffel House of the Dragon, über die wir im Ganzen auch noch einmal in einem separaten Staffel-Recap sprechen werden, was dann wahrscheinlich gegen Ende der Woche, so am Freitag, erscheinen wird. Schaltet auch gern da vorbei, wenn ihr mögt und lasst uns gern wie immer wissen, wie ihr über das Finale denkt und auch was ihr im Gesamten von der Staffel haltet. Wir werden da versuchen, auch in Staffel-Recap nochmal auf die Kommentare einzugehen und auch nochmal so ein paar andere Perspektiven oder paar andere Meinungen mit reinzunehmen. Und ja, zum letzten Mal in dieser Staffel sage ich jetzt, wir beginnen in Drachenstein. Die Kamera schwenkt über einen dieser schicken Landkartentische, die auch nochmal in der Folge ein kleines Upgrade bekommen. Oder die wir zum ersten Mal in ihrer Vollendung sehen. Vom Norden her, wir sehen, das erste glaube ich, was wir mit untersehen ist, wie Winterfell eingraviert ist. Sehr schön, ich habe extra nochmal meinen Bildschirm heller gemacht, damit ich es lesen kann. Und wir sehen Lucerys daneben stehen, also den zweiten Sohn von Rhaenyra, der schaut sich das Ganze an, der streift einmal so über Driftmarkt, den Ort, der mal ihm gehören soll. Und Rhaenyra stößt zu ihm, sie ist immer noch schwanger. Aber es geht dann erst nochmal um Driftmarkt eigentlich an sich. Lucs wiederholt eigentlich das, was er auch als kleiner Junge schon mal gesagt hat. Er kann und er will auch eigentlich gar nicht über Driftmarkt herrschen, falls Corlys dann irgendwann den Löffel abgibt. Und Corlys war überrascht, dass wir ihn dann später doch nochmal gesehen haben. Und ich hatte erst gedacht, okay, sehen wir ihn in dieser Staffel gar nicht noch mehr. Aber langsam wird das so ein bisschen zum neuen Viserys so folgenlang totgesagt und wahrscheinlich noch länger dabei. Also Corlys Velaryon, das kann ich schon mal sagen, wird uns noch eine ganze Weile begleiten, wenn sie sich dann weiterhin dicht an die Vorlage halten. Aber da George R. R. Martin weiterhin involviert ist, wird das wahrscheinlich unumgänglich sein. Fand ich eine schöne Auftaktszene, also auch, dass die Kamera so von Süden, also oder gen, gen von Norden nach Süden geht. Und wir auch kurz, da musste ich auch erst, Paul, weil du das gerade meintest, dass du das Bild irgendwie ins Breite ziehen musstest, um es lesen zu können. Und dann fiel mir ein, das ja Hohne eher im Englischen The Irie heißt. Und dann ist ja hier, also das Tal von Ahren ist ja dann da auch zu sehen. Vor allem passt dieser Einstieg auch, weiß ich ja, in der Folge auch sehr viel um Verbündete und um diese ganzen, also wer steht jetzt auf wessen Seite? Weil sie hat ganz viel um auch andere Häuser. Ich glaube, in der Folge fallen so viele Häusernamen wie in den anderen Folgen zuvor zusammen. Und also das passt da auch sehr gut. Es fallen bedeutungsschwangere Sätze wie, also Rhaenyra versucht da so ihren Sohn so ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren und sagt, das Schicksal wählt eben nicht uns, sondern, nee Quatsch. Das Schicksal wählt uns und wir wählen nicht unser Schicksal so rum. Und dann geht es ja, sie vergleicht sich ja dann auch so selber ein bisschen mit ihrer Vergangenheit. Und das ist auch ein Thema, was hier schon aufgemacht wird, was sich, wie ich finde, auch nochmal durch die ganze Folge zieht. Rhaenyras Entwicklung von, zumindest in der Serie von dem Mädchen, sie sagt, glaube ich, sie war 14 am Anfang ungefähr. Und bis hierhin und ihre Entwicklung, dieses Reflektieren, das nimmt auch eine ganz große Rolle ein diesmal. Ja, sehr passend für ein Staffelfinale. Also da ging mir das auch so durch den Kopf. Also man merkt auch sehr deutlich, die Folge hat ja tatsächlich wieder Ryan Condell selber geschrieben. Und auch was die Regie angeht, merkt man ja vor allem auf der Mitte der Folge, dass das hier, also dass hier dasselbe Team aus Drehbuch und Regie am Werk war, wie eben in der zweiten Episode. Vor allem hat ja, also Luke hat ja vor allem auch Bedenken, also er wird ja nicht nur Herr über Driftmark, sondern er wird dann auch Lord der Gezeiten, beziehungsweise des Treibholzthrons, was ich immer noch einen wahnsinnig albern Namen finde. Na, aber naja. Und er meint dann aber, also er kann ja kein Schiff befehligen oder keine Flotte befehligen, weil er meint, er wird ja seekrank, bevor er ein Schiff überhaupt den Hafen verlassen hat. Und sagt dann auch, hier, Savayment wäre ja besser gewesen. Ja, da habe ich mir auch gedacht, ja, das kommt ein bisschen zu spät. Das kommt ein bisschen spät, aber Herr Savayment hat auch seine Zunge, er könnte noch Einspruch erheben. Aber das ist auch wieder so ein Ding, du siehst, wie die Kinder, wie die jüngeren Generationen, wie das einfach teilweise so viel besser wäre oder auch für sie eben so viel besser wäre, wenn sie einfach dabei bleiben würden. Aber so ist es in dieser Welt nicht. Und das wird ja gegen Ende nochmal schmerzlich unter Beweis gestellt. Es wird ihnen halt schon immer sehr früh sehr viel aufgebürdet. Ja, und da sieht sie sich auch selber einfach drin, dass sie dann ja auch meint, sie war mit 14 noch nicht bereit für den Thron. Aber sie hat dann mit den Jahren so verstanden, dass es zum einen ihre Pflicht war und dass man sich das Erbe verdienen muss. Ja, schon klar, aber trotzdem schmeißen die jetzt ihre Kinder in die gleiche Situation, dass sie sagen, ja, du wirst mein König hiervon und du wirst mein König hiervon. Ja, das ist schade, weil sie genau das Hamsterrad wieder betritt, was sie ja als junge Frau wirklich bekämpfen und wo sie sich wirklich entgegengesetzt und widersetzt hat. Ja, das ist das Problem. Wo sie Vater offen widersprochen hat bei der Jagdgesellschaft. Und vor allem hier, also die Szenen mit, oder insbesondere die Szene mit Luke fand ich wirklich schön, weil man wirklich merkt, dass die, also so dieses Mütterliche kommt da sehr gut rüber. Natürlich auch schon bei der anderen Folge auf Driftmark, aber insgesamt finde ich das sehr gut. Ja, aber hier übernimmt sie natürlich auch so ein bisschen das Reden, was auch so ganz als Mutter, ja, weiß ich nicht, ich finde sie schon geeigneter als Alicent. Ja, Alicent ist zu früh Mutter geworden. Sie macht ihren Job da als Mutter schon besser, finde ich. Ja. Aber natürlich kann sie dieses ganze Erbe und all das, diese Böde, die auf ihr Last hat, natürlich nicht abschneiden. Ich habe mir nur gedacht, ich fand die Szenen auch sehr schön, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also ich will nicht zuvor weggreifen. Na klar. Die haben die Anfangsszene und dann die Schlussszene, also das ist halt dann sehr gut aufgebaut, finde ich. Ja, es ist schon sehr auffällig, dass in dieser Folge, wenn sie eine Szene mit ihren Kindern hat, dann ja schon Luke, der ist, der im Vordergrund steht. Was dann vielleicht sonst immer, Chase Saris hat man ja auch schon mal so einen Dialog, auch an dem Tisch. Aber sonst stand Chase immer so mehr im Vordergrund, aber ich finde, also man merkt schon in den meisten Szenen, wo es um die beiden geht, da bekommt Luke diesmal ein bisschen die Aufmerksamkeit. Aber gut, zu den Szenen kommen wir noch. Das kleine Gespräch wird unterbrochen von Ser Loren, der von Reynes' Ankunft berichtet und Reynes möchte mit Daemon und Rhaenyra sprechen. Wir erinnern uns, Reynes hat letzte Folge die Hauptstadt mit einem großen Knall verlassen. Theresia, wie hat denn dieses Ende auf dich gewirkt? Also ich habe es schon letztes Mal gesagt und es hat sich auch so ein bisschen bestätigt, also je mehr ich auch darüber nachdenke, desto mehr fällt es in sich zusammen. Also der Auftritt an sich natürlich sehr pompös, aber ja. Also ich habe mir, also heute Nachmittag, nachdem ich die Folge 10 angeschaut habe, habe ich euren Podcast noch zur Folge 9 gehört. Und ich muss dann auch sagen, dass die da so hoch, also es war schon irgendwie eine großartige Szene, dass die da hochgeschossen ist mit dem Drachen. Dann habe ich aber auch wieder gedacht, wie passt dieser Drache da in dieses Gebäude rein oder auch wie kann der dann rausfliegen? Und ich habe mir auch gedacht, naja, also alle wichtigen Leute, sage ich jetzt einmal, oder alle hohen Leute überleben sie, aber die ganzen armen Untertanen, die da jetzt irgendwie... Irgendwie hat sie, sie hat das sehr gut von unten gesehen, wo jetzt was stattfindet, dass sie da genau auch direkt vor der Bühne, also vor der Empore rausgekommen ist. Das ist ein bisschen Plot-Convenience, wobei sich ja viele eher aufgeregt haben darüber, dass sie mit einem einzigen Wort, wo sie dann eben mit ihrem Drachen vor der versammelten Bagage da hockt, dass sie da einfach nur mit einem einzigen Wort den ganzen Krieg hätte verändern können, aber... Zumindest, ja, ja, das kommen wir ja gleich darauf... Genau, das wird ja hier thematisiert dann auch. Das spricht Daemon ja gleich an. Vorher kommt Reynos aber gerade heraus, auf den Tod von Viserys zu sprechen. Rhaenyra erkundigt sich zwar noch ganz höflich, erst nach dem Genesungsstand von Corlys, aber Reynos sagt es gerade heraus, Viserys ist dead, der König ist tot. Ja, Smalltalk ist hier jetzt nicht mehr so... Ja, also Reynos ist wirklich toll, wie direkt sie das macht und dann die Gesichter von Daemon und Rhaenyra sind erst mal ja doch gefasst, aber auch schon betroffen. Also auch da fand ich das Schauspiel schon sehr treffend. Von Mads Miff vor allem, ja. Und Reynos fährt dann auch sofort weiter und sagt, dass auch Aegon gekrönt worden ist und da ist dann schon das erste Anzeichen, dass Rhaenyra Schmerzen hat. Ähm, nochmals erstmal nicht, okay, was sticht ihr da jetzt? Und Daemon möchte da sofort wissen, wie denn Viserys gestorben ist und vermutet natürlich auch gleich ein Mord dahinter. Und Reynos bekommt ein kleines Recap und sagt nochmal, wie das, wie es letzte Woche ausgegangen ist. Und da kommt halt Daemon auch darauf zu sprechen, beziehungsweise er wirft ihr ja fast vor, sie hätte alle verbrennen können. Und dann sagt Reynos, ja, es ist nicht an ihr, diesen Krieg zu beginnen. Genau, es ist auch nicht ihr Krieg. Vor allem muss man bedenken, diese, in dieser Welt ist auch alles sehr abergläubisch. Ich meine, oder bekommt ja auch gerne dann so einen unschmeichelhaften Beinamen. Ich meine, sie hat ja schon einen und hätte sie das getan. Äh, man muss bedenken, Aegon wurde da vor Tausenden gekrönt. Er wurde gesalbt im Lichte der Sieben. Also im Angesicht der Götter und Menschen wurde er dort zum König gekrönt. Und der gehört ja zum einen auch zu ihrer Familie und zum anderen, naja, es ist dann so, also wenn man so jemanden getötet hat oder öffentlich verbrannt hat, dann gilt man als verflucht irgendwie jetzt auch rein unterm Volk. Sie wäre dann als Tyrannin auch gesehen worden vom Volk tatsächlich. Ja, es ist jetzt, wie sie gesagt hat, es ist nicht ihr Krieg irgendwie und sie würde ihn jetzt auch nicht umfangen. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wie, aber sie tritt auch so selbstsicher die ganze Folge über auf. Sie ist die ganze Folge über immer so im Hintergrund irgendwie und schaut das irgendwie alles so wohlwollend an. Und trotzdem strahlt sie immer eine Stärke aus. Mhm. Das ist, das ist krass. Ja, die, äh, die Folge, äh, also zum einen, dass sie das jetzt hier thematisieren aus der letzten und zum anderen, dass sie das auch in der Inszenierung oft hervorheben, dass sie wirklich eher so eine, ja, so, so, so am Rande beteiligt ist. Zumindest so am Anfang, ne, also, dass sie, dass sie immer nur so dabei ist und dann ist ja auch eine ganz prägnante Szene gleich, äh, wo man wirklich merkt, ja, sie ist da jetzt gar nicht mal so investiert in das Ganze. Aber sie sagt vor allem, als sie hier ankommt, dass sie jetzt vereint sind in der Trauer. Und sie ist ja letzten Endes auch nur gekommen, zum einen aus, aus Treue, äh, äh, gegenüber ihrem Gemahl und ihrem Haus. Aus, aus der Loyalität heraus, äh, äh, warnt sie dann wirklich Rhaenyra. Daemon ist ja wirklich dann total im Modus, der schimpft Alicent, ne Hure und, äh, und, und von wegen wie, äh, sie hat Viserys ermordet und den Thron gestohlen und, und, äh, ja, Rhaenys kriegt dann diese ganze Frustration ab und bei, äh, bei Rhaenyra, ja, ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr stark, dass in dem Moment, wo sie, wo sie halt, also, schon, schon der Tod ihres Vaters hätte das eigentlich auslösen können. Aber das dann noch mit Aegon, äh, dass das dann ihre Wehen auslöst, das fand ich sehr stark. Tatsächlich. Ja, und wahrscheinlich auch diese Gefahr, die dann heute davon ausgeht, weil die natürlich dann gleich im Verteidigungsmodus sind. Und, also, das ist sehr viel an Information, was über sie hereingebrochen ist. Das wundert mich dann nicht, dass das irgendwie wehenauslösend ist. Ich wollte noch kurz, weil wir gerade über die Präsenz von Rhaenys gesprochen haben, in dem Zusammenhang finde ich halt auch den Titel dieser Folge interessant, weil er natürlich erstmal offensichtlich auf Rhaenyra anspielt, aber ich finde, er lässt sich auch ganz toll irgendwie auf Rhaenys beziehen, obwohl sie nie die, die Königin war. Aber irgendwie passt sie für mich persönlich auch in dieses Bild von dem. Ja, äh, hier ist ja eine Szene, wo man ganz deutlich sieht, dass Rhaenys an einer Stelle auch die Fäden in der Hand hält, wenn es darum geht, dass Haus Velaryon, äh, sich dann doch noch dazu durchringt, äh, sich zu einer Seite zu bekennen. Na, aber da kommen wir später zu. Äh, es ist, es ist auch sehr auffällig, dass sie erst in dieser Folge wirklich erst alle von den Grünen sprechen, wie Rhaenyra es schon seit Folge 7 tut. Irgendwann heißt es dann aber nur noch der Feind. Also ist er wirklich jetzt auf der Schwelle zum, zum Kriegszustand. Das, das fiel mir sehr auf. Rhaenyra wird da, wie gesagt, von ihren Schmerzen ein bisschen unterbrochen. Und jetzt folgt ein Zusammenschnitt, der so ein bisschen bekannt vorkommt, vielleicht. Ja, es wirkt ähnlich wie in Folge, was, Folge, ja, Folge 1 und Folge 6 aber auch, ne? Ja, ne, also Folge 6 hatte ich jetzt nicht so die Assoziation, aber ich hab total die Vibes von Folge 1 mit Turnier und Kindbett von Emma bekommen. Ach so, diese, diese ... Ich muss eher an die Szene denken, ja, an die Geburt. Denn letztendlich ist das die, die, die Wiederauflebung von den beiden Schlachtfeldern, wie es in Staffel 1 gesagt wurde. Während Rhaenyra halt mit den Schmerzen, mit dem, mit der nahenden Geburt zu kämpfen hat, hält Daemon den Kriegsrat. Und, also, was da folgt, ist schon echt heftig. Auch dieses ganze Zeit, dieses Stöhnen und diese Schreie, die tatsächlich auch bis zu Daemon hinunterdringen. Jetzt ist es nicht so, dass sich das wirklich getrennt voneinander abspielt, wie in Folge 1 zum Beispiel, sondern dieses Schrei oder dieses ... Ja, eben das von Rhaenyra, das dringt ja tatsächlich bis zu Daemon hinunter. Und da natürlich dann die Spielung, beziehungsweise die, dann der Kniff da, dass Rhaenyra dem nicht erliegt, sondern, ja, also ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll, was dann dort passiert, aber wir gehen mal so nach und nach die Entappen durch. Was nämlich da auch reinspielt, ist, wie Rhaenys zum Strand geht und Luke und Jace zu sich ruft, beziehungsweise denen sagt, dass Rhaenyra die beiden sehen möchte. Also, die beiden Jungs treffen dann ihre Mutter, die auf und ab geht und wirklich mit ihren Schmerzen zu kämpfen hat. Und da fallen ja dann schon die interessanten Zeilen, wie zum Beispiel, Daemon plant gerade seinen Krieg. Ja, genau. Nicht unseren, sondern seinen. Und sie erzählt ihren Kindern auch, dass Viserys eben tot ist und die Grünen die Erbfolge und so weiter nicht anerkennen. Und es ist wirklich, es ist so viel los in dem Moment. Die Kinder wollen auch dann schon wieder rausstürmen, aber sie stellt nochmal klar und ich finde, dadurch behält sie eben ihre Befehlsgewalt, dass nichts ohne sie entschieden werden soll. Und da wird schon eine ganze Menge Spannung aufgebaut, auch durch die schnellen Umschnitte. Und das ist ja dann auch da parallel, wie Jace zu den Beratern da an den Beratungstisch stößt. Ja, wo Daemon da schon vorher, also der schmiedet ja schon wirklich Strategiepläne. Der meint, es sollen Kundschafter Ausschau halten nach kleinen Schiffen, die sich Drachensteinen nähern, weil wenn die Grünen angreifen, dann würden sie das verstohlen tun. Und sie haben zwar zu weniger auf der Insel, um die zu befestigen, aber sie können sich stärker erscheinen lassen, als sie eigentlich sind. Und ja, das ist wirklich eine starke Szene, wie er da mit ihr, oder wie die da am Ratstisch stehen und man die ganze Zeit wirklich die Schreie von Rhaenyra hört. Und ab einem bestimmten Punkt dann ja auch, schreit sie ja auch nach Dämen. Und das wird dann immer wieder noch geschnitten mit ihrem Drachen Syrax, der irgendwie, also es ist ja möglich, ich weiß nicht, wo der Drache haust auf Drachenstein. Da ist ja dieser Drachenberg, wo die Eier ja ausgebrütet werden. Und es kann sogar sein, dass der die bis dahin hören kann. Oder dass der vielleicht auch, die haben ja auch eine besondere Verbindung irgendwie zueinander. Ja, vielleicht spürt er es ja auch, dass da irgendwie nicht alles im Grünen ist. Ich spürt das wahrscheinlich, ja, ja, hätte ich auch gesagt. Das war schon, das fand ich richtig stark, vor allem dann wie Rhaenyra, also wirklich das, ja gut, sie ist ja kein Lindnerstar, ansonsten würde man sagen, sie kämpft eigentlich wie eine Löwin, ne? Aber eher wie ein Drache. Drache, genau, richtig. Ja, an dem Beratungstisch, das du meldest, wird so ein bisschen hin und her springen, aber wie gesagt, das passiert so viel in dem Moment, erfährt auch Damon, dass es der Seeschlange besser geht und dass sie sich von Demahal hat aufgemacht. Wohin wird da noch offen gelassen? Ähm, Damon möchte, wie gesagt, dann sofort die Raben losschicken, auch an die verbliebenen Verbündeten, ich hab mir nicht alle Häuser aufgeschrieben. Ich auch nicht. Aber es fallen da die Finsterlings, die Messys, glaube ich. Ja. Und noch ein paar weitere. Und ein ganz komischer Name, den ich gar nicht zuordnen konnte, auf jeden Fall mehrere Verbündete. Ja, und ein größeres Haus, zu dem er sich selber bewegen möchte, sind die Tullys. Genau, in die Pluslande. Dass er selber dahin fliegen möchte. Da stößt aber Chase hinzu und richtet aus, dass nichts unternommen werden soll, solange Rhaenyra im Kindsbett liegt. Ich sag mal so, das interessiert Damon wenig bis gar nicht. Er fährt mit seinen... Eben hat es auch nicht interessiert, dass seine Frau nach ihm gerufen hat. Ja, ich glaube, wird er nicht sogar drauf hingewiesen? Hier, wollt ihr vielleicht mal gucken? Und Damon antwortet aber auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob er gerade so wuterfüllt ist oder ob er dann doch nicht die Beziehung so... Also, wie sie herausstellt, ist ja die Beziehung zwischen ihr und Rhaenyra jetzt auch eher eine toxische. Zwischen ihm und Rhaenyra. Zwischen ihm. Also, ich glaube auch, dass es jetzt halt nicht zu ihr gegangen ist, weil er jetzt sagt, okay, das ist zu viel für ihn oder es ist zu hart für ihn. Sondern eigentlich, weil er halt so in dem Modus ist, ich will hier jetzt Krieg, ich will angreifen. Der ist, der ist totale Modus. Der ist, der ist totale Modus und er versucht dann auch Jace irgendwie, also so ein bisschen so, ja, junger Prinz jetzt, also hier, ne? Und er versucht ihn aber auch in dieses Spiel mit hineinzuziehen von wegen, ja, du kannst ja auch mitmachen mit deinem Drachen und hier Ausschau halten, ne? Auf deinem Drachen Wehrmachs und dann lässt er, genau, dann nimmt er Jace sogar noch mit und will ihm zeigen, was wahre Treue wirklich bedeutet. Denn er lässt nach Ser Stefan schicken von der Königsgarde und nimmt dann Jace mit zum Drachenberg, wo er sich dann vor Ser Stefan und Ser Lorent hinstellt und Jace dabei zusehen lässt. Er fragt sie auf jeden Fall, ob sie die Erbfolge anerkennen und wen Viserys zum Erben ernannt hat und dann stellt er sie letzten Endes vor die Wahl. Und die Wahl ist, ja, die kommt dann auch an in Form von Charaxis, der immer noch einen, also ich, ich muss ja sagen, ich finde das Design so geil, das habe ich schon oft gesagt, aber den Schrei von diesem Viech finde ich total seltsam. Das ist ja fast schon eher so ein, so ein, so ein Quietschen irgendwie oder, äh, empfinde ich das so anders, keine Ahnung. Letztendlich stellte die beiden vor dieselbe Wahl, wie sie Otto letzte Woche den Lords und Ladies gegeben hat, nur ein bisschen weniger subtil. Ja, vor allen Dingen jetzt die Szene, also ihr habt es ja letzte Woche schon bei der Szene eben mit Otto erwähnt, ähm, also die Szene hat mich noch mehr an die mit, äh, Daenerys erinnert. Ja, na klar. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss aber sagen, ich fand sie ein bisschen, ich weiß nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die beiden Seres da, also dass sie irgendwie gegen Rhaenyra oder so wären, ich hab mich ein bisschen gefragt, was die Szene jetzt. Der traut, der traut keinem, der traut keinem und, äh. Ja, wird vielleicht einfach auch nur die Macht, die Macht demonstrieren, die er hat oder halt so quasi. Also, ich kann euch, ich kann auf euch den Drachen hetzen. Also, ja, ich hab's jetzt eigentlich ganz verstanden, aber warum, warum er das jetzt so eingefordert hat. Ja. Er wollte vor allem damit gerade die Macht, äh, der, also, äh, ich meine, würde er die einfach nur unter Druck setzen wollen, dann hätte er die auch mit dem Schwert bedrohen können und, äh, äh, drohen können, die irgendwie zu enthaupten oder was auch immer. Ja, aber dass er dann gerade seinen Drachen herabkommen lässt. Ja, aber warum er sich jetzt genau die beiden zur Seite nimmt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die beiden, diejenigen sind, bei dem die Loyalität so ein bisschen in Frage gestellt werden müsste. Ich fand die Szene, ja, okay, eindrucksvoll. Und sie hat mich eben auch an die, die Parallelzeichnung eben an das, was Otto gemacht hat. Also, von wegen, guck mal, beide Seiten herrschen letztendlich mit denselben Mitteln oder mit denselben. Mit derselben Ermittlung. Ja, genau, äh, aber so an sich hab ich das jetzt. Das, ähm, äh, und die Wahl ist ja letzten Endes, also, ähm, wenn sie Aegon unterstützen, schneller ehrenhafter Tod. Ansonsten sollen sie ein Eid schwören, aber was noch viel schlimmer ist, sie sollen auch nicht den Verrat wählen. Also, von wegen, sie, sie, äh, leisten jetzt hier, sie, sie schwören jetzt hier die Treue und, äh, dann wenden sie aber ihre Röcke. Äh, dann sollen sie, äh, auch sterben, aber noch sehr viel grausamer. Ja, aber das, also, wie gesagt, für mich war das mehr nur wirklich ein Schauprozess für das Publikum. Ja, aber auch für Trades. Ja, aber er hätte ja auch noch, warum nur die beiden und warum nur, also. Also, weil die wahrscheinlich, das kam jetzt vielleicht nicht hier so durch, aber das könnten welche sein, die übergelaufen sind und, äh, denen er nicht so wirklich traut. Ja, da standen so viele Leute um den Tisch da drum, da würde ich vielleicht nochmal, nochmal überprüfen. Und ich würde vor allen Dingen mit den Zwillingen da aufpassen. Das, das, das waren ja welche von der Königse, ja, Moment, Moment, das ist ja nur einer von den Zwillingen, äh, außerdem, die sind ja noch nicht da. Die sind noch nicht da. Nein, aber ich wollte es nur schon mal vorweggreifen und sagen, und natürlich ist es nur einer und das ist ja das Problem. Ja. Jetzt wüsstest du die beide auf deiner Seite, wäre es ja nicht so schlimm, aber dazu später. Währenddessen immer noch Rhaenyra total schmerzerfüllt, sie lässt sich auch nicht helfen von den, äh, die da drumherum stehen und wirklich fast darum wetten lassen. Anfliehen, dass, dass sie ihnen befehlen sollen, dass die jetzt Hilfe leisten und, äh, ja. Also die Szene, also das, was jetzt folgt, äh, ich weiß nicht, unheimlich dramatische Erfahrung, die sie da durchleidet. Oh ja. Ich fand's teilweise too much, ich weiß nicht, wie, wie es euch bei dieser Szene ging, wo man wirklich mal ganz tief schlucken muss. Ich, ich fand die Szene ziemlich heftig, also wirklich, weil es, weil es, wo sie dann wirklich quasi an die Geburt gegangen ist und quasi sie selber ihr Kind auf die Welt gebracht hat, ist schon eine sehr heftige Vorstellung und eine sehr heftige Szene. Ja, auch wie sie dann so, so, äh, rabiat und energisch ist, ne, also wie sie dann, wie gesagt, von wegen raus, ne, das ist ja, in der, in der Vorlage ist das ja auch, wer weiß, wie da steht das ja so wortwörtlich drin, was sie da irgendwie geschrieben haben sollen. Und, äh, man sieht wirklich, also sie leidet Qualen und dann sickert ja auch wirklich so ein, so ein ganzes, also auf jeden Fall ein ganz schöner Batzen Blut sickert erst aus ihr raus. Mhm. Und dann bringt sie das Kind allein zur Welt, also der Kopf guckt dann auch so raus und dann ... Ja, danke, danke, ich brauch die, ich brauch die Beschreibung nicht nochmal, ich hab sie heute Vormittag. Ja, 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 also es ist, es ist eine unangenehme Szene, die soll aber auch unangenehm sein. Ja, aber ich, also ich glaube, sie wär auch mit weniger für mich ebenso unangenehm gewesen. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich ein persönlicher Eindruck. Also die war wirklich sehr explizit und sehr draufgehalten. Ich fand's sehr, ich fand's sehr gut gemacht, tatsächlich. Sowas hat man selten gesehen. Äh, und auch wirklich, also schauspielerisch ist, also wär immer Darcy immer noch irgendwie, ähm, aufgrund von Millie Alcock. Also Millie Alcock war großartig, aber ich hab die schon halb vergessen. Ich tatsächlich auch, ich wollt's grad sagen, ich hab, es ist krass, aber ja. Aber man sieht halt bei der Szene dann auch das Problem von, also das Problem, also das, ähm, tragische Ende von dem Kind, bevor es überhaupt angefangen hat. Weil ich glaube, gesehen zu haben, dass eben so die, die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist und ich meine, dass das quasi dann die Todesursache ist, dass der sich, oder das Baby sich selbst an der Nabelschnur die Luft abgedrückt hat. Ja, das, das sah sehr komisch aus. Man konnte es auch nicht so richtig erkennen. Aber, ja, es könnte schon sein. Also im Buch ist es tatsächlich auch ein bisschen anders. Da geht das so ein bisschen in die Richtung von dem, was, äh, Daenerys in der ersten Staffel widerfahren ist, dass sie irgendwie so einen halben Drachen eigentlich zur Welt gebracht hat. Äh, aber es ist ja auch... Aber mit sowas hast du fast gerechnet, weil, wenn man eben diesen Drachen gesehen hat, haben wir gedacht, okay, was geht das? Ja, ja, aber es ist, es ist eine augenblickliche Totgeburt. Und, äh, im, im Buch, äh, gibt sie ihr, dem Kind tatsächlich noch einen Namen. Äh, ich glaube, genau, Visenya. Ja. Also wie eine der Schwestergemalinnen von, äh, von Aegon dem Eroberer. Genau. Und, äh, das, das ist schon echt bedrückend, wie sie dann auch dieses, dieses, also erst, wie sich dieses Kind da rauspresst. Und dann, äh, auch mit so einem, äh, so einem Schlickgeräusch, noch schlimmer als in der sechsten Folge. Und sie es trotzdem dann irgendwie in den Arm nimmt, dann eben wieder blutverschmiert im Arm wiegt und dann, äh, äh, in, in Leinen irgendwie wickelt. Und dann kommen auch die schweigenden Schwestern. Aber sie, äh, sie bandagiert das selber, oder? Mhm. Hat das richtig gesagt, wie sie die macht? Ja, 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 ja. Ähm, das fand ich ja auch, weil wir hatten ja in den letzten Folgen, also einmal Wayment und dann Becerys und da waren es ja eigentlich auch immer die schweigenden Schwestern, die, die Leichnam verhüllen. Ich glaube, das hat sie sich so mitnehmen lassen. Sie war ja sogar, glaube ich, so im Schock, sie hat das sogar noch, also dieses blutverschmierte Nachthemd. Ja. Angekommen. Und auch schön, dass man hier Damon schneidet man auch dazwischen. Es ist ja schließlich auch sein Kind, eines seiner Kinder. Die anderen beiden Kinder hat man diese Folge, glaube ich, gar nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, die sind auch sehr klein. Ja, aber kann man die nicht mal in den Hintergrund setzen? So von wegen. Ähm, aber jedenfalls, den hat man hier auch ja wirklich, er ist ja, äh, ja schon für einen kurzen Moment zusammengesunken. Ja, am Strand da, ne? Das sind auch tolle Aufnahmen, tatsächlich. Ja, also dieses Set da über Hauptdrachenstein ist, kann ich mich immer wieder verlieben in diese Brücke. Und überhaupt in diese, in dieses Set da. Ja, das ist womöglich eines meiner Lieblings-Sets aus Game of Thrones gewesen. Aber ich finde, Damon hat ja diesen, diesen Verlust der Lena, der Gary. Mhm. Auch ein krasser Verlust, wo man ihn aber nie so richtig hat leiden sehen. Ich hab, ähm, Internet sind nach der Folge tatsächlich Bilder aufgetaucht, wo er die beiden Töchter umarmt. Mhm. Ähm, was aber letztendlich nicht in der Folge gelandet ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, inwiefern das wirklich gedrehte Szenen oder so waren. Ähm, aber das ist offenkundig nicht in der Folge gelandet. Ähm, aber hier lässt man ihn jetzt zumindest diesen kurzen Moment haben. Ja, man muss ja auch sagen, äh, also das, ja gut, dass er irgendwie versucht, ja, ich kann mich erinnern, dass es da eine kurze Einstellung gibt in der sechsten Folge, wo Lena gerade gestorben ist und dann die beiden Töchter da sitzen. Und der, man, man, man merkt, und das, das zieht sich eigentlich auch so durch die ganze Staffel bisher, Damon kann mit Kindern nicht viel anfangen. Ja, das, ich weiß nicht, ob es mit Kindern ist, aber ich hab mir halt auch gedacht, ich kann mich an die Szene erinnern, wo du gerade beschrieben hast, nachdem eben Lena gestorben ist. Und das war so die letzte Szene, wo ich ihn überhaupt mit seinen Kindern hab reden sehen. Ja, das stimmt. Die Folgen danach hast du nie irgendwie, das, das fällt mir dann immer wieder ein, ach ja, ist ja der Vater von den beiden. Ja, 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 das sind die beiden, das stimmt, ja, ja, das kann man mal leicht vergessen, ja, auch wenn sie da mit im Rad stehen. Ja. Ähm, es gibt eine Beerdigungssequenz, bei der unter anderem auch Reynes und so weiter anwesend ist. Ein Ritter stößt zu der Trauergemeinschaft und es ist sehr erig. Jetzt weiß ich nicht, ist es auch im Deutschen der sehr erig, im Englischen heißen sie ja wie gesagt Eric und Eric, aber im Deutschen heißt ja eine A-Rig. Aber jetzt weiß ich nicht, welcher welcher ist. Sie haben es, glaube ich, erig gesagt, also es ist erig. Ja, es ist erig. Das, ähm, das, das wird auch ein bisschen im Englischen tatsächlich, äh, da wird der Sir A-Rig gesprochen, der andere Sir Eric, damit man es halbwegs unterscheiden kann. Ja, okay, siehst du, ich habe nämlich beide immer Sir Eric und Eric verstanden und habe mir nur gedacht, cool, muss ich mir nicht noch einen Namen merken. Aber, ähm, ja, zwei in eins. Ähm, ja. Ähm, aber, äh, wenn man da mal so drauf achtet, äh, da hat, glaube ich, auch, da kann ich auch sehr das, besonders bei der neunten Folge kann ich sehr das Video vom Kanal Nerdkultur mal wieder empfehlen. Äh, der hat darauf hingewiesen, dass einer von den beiden tatsächlich einen etwas kürzeren Bart hat. Also dadurch kann man die vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ganz toll, weil da habe ich nämlich in der neunten Folge dann irgendwann abgeschalten, weil ich dann nicht mehr gewusst habe, wer war jetzt für den König und wer war gegen, also wer war für Aegon, wer war gegen Aegon und wer hat dann gegen, gegen Sir Krautsalat, wie es ihr immer sagt, äh, gekämpft. Ich habe den Überblick verloren, wer welcher ist. Du hast es gerade gesagt, eine Folge ohne Sir Christian Kraut. Woo! 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 Ach, schade, Mann, ich hatte hier mal so eine Tröte rumliegen, die hätte ich jetzt getrötet, aber ich finde sie sie gerade nicht. Ja, so eine, so ein Woo-Woo-Seeler. Das ist tatsächlich eine Bereicherung für die Folge. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, obwohl, äh, also zu eurer Verteidigung, ich habe hier auch, äh, ich, ich habe ihn mal in meinem Notiz einfach mit A stehen, scheißegal. Ist ja wohl, wie wichtig ist, was der dabei hat. Genau, was der dabei hat, der, also er, er kommt ja erst irgendwie hoch auf den, auf den Gipfel, wo die da irgendwie, also die, die verbrennen ja da das Kind, Daemon und Rhaenyra und dann, dann ist die Königin Garde oder die, die, äh, ja, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall die Leibgarde, er ist argwöhnisch, aber er sagt dann, er führt nichts Böses im Schilde, dann geht er direkt fort zur Königin und er hat, ja, wie, äh, Theresia gesagt hat, schon, äh, etwas dabei, nämlich Vesiris Krone. Die er ihr anbietet und seine Treue zu, äh, zu Rhaenyra, jetzt habe ich hier in meinen Notizen Rhaenys geschrieben, ah, ich komme auch durcheinander, ey. Natürlich bietet er Rhaenyra die Krone an oder, ja, sie gehört ja quasi ihr von ihrem Vater und Daemon übernimmt dann das Ganze wieder und setzt ihr die Krone auf, er kniet auch nochmal vor ihr nieder und das ist abermals ein wunderschöner Soundtrack. Er spricht doch auch nur diesen, diesen Treue-Eid, oder? Ja. Ja, der spricht einen Treue-Eid, der sehr an den der Nachtwache erinnert, ne? Also, so. Den habe ich jetzt nicht mehr so im Ohr, aber ja. Ich will mir, ich, ich, ich will mir keine Frau nehmen, kein Land besitzen und sowas. Ne, das erinnert ein bisschen daran. Oh ja, stimmt, ja. Äh, und, äh, ja, also ich, ich kann hier auch mal, äh, Paul, da kann ich mich anschließen, sehr auf Ramin Javadis Score hier hinweisen. Oh, dieser Vokalgesang, der dann dort hinten einsetzt, das ist... Genau, dieses, dieses Rhaenyra-Thema, was ja so diese, diese Sehnsucht noch so aus den Jugendjahren symbolisiert und wie das dann zu einem wirklich großen Thema wird und auch zu einem neuen Thema. Er hat ein neues Thema für sie als Königin geschrieben. Und da geht das so ineinander über, das ist klasse, wirklich. Ganz toll gefilmte Szene auch. Ja, und auch hier, das ist die erste Stelle, wo ich auch wirklich große Daenerys Targaryen-Vibes auch nochmal hatte, als sie sich dann vor ihr alle niederknien, hat mich so ein bisschen an das Staffelfinale von Game of Thrones, von der ersten Staffel, erinnert. Und da kommt dann auch gleich nochmal was, wo ich mich auch direkt zurückversetzt gefühlt habe, es knien sich alle nieder, außer Rhaenys. Außer Rhaenys, genau. Die sieht so von weitem zu eher, ne? Ja, aber ich finde, also sie, es ist jetzt nicht so, dass sie abseits steht. Also sie steht schon da mit, sie steht, das stimmt, ein bisschen weiter hinten. Sie steht hinter ihren Enkeltöchtern? Genau, aber ich finde, das hat eine unheimliche Präsenz, wie sie da steht. Und sie hat auch diese ganze Zeit, es ist nicht direkt ein Grinsen, aber die ganze Zeit so was in ihrem Gesicht, was sie später auch nochmal wiederholt auspackt, was, also was die ganze Zeit irgendwie so eine Überlegenheit oder sowas, ich weiß nicht, irgendwas ausstrahlt. Also diese Szene fand ich auch sehr bezeichnend und ja, wie gesagt, mit der Musik allein sehr stimmungsvoll. Ich konnte den Blick von ihr immer schwer deuten. Und bei der Szene, und das ist eben die Szene, die ich meinte, weil ich glaube nämlich, also ich bin mir nicht sicher, aber da hat man ja dann auch die, also die Söhne von der Rhaenyra gesehen, wie sich die auch niederkriegen und ich meine, da stand in der Mitte halt der Jüngste von den dreien. Ah, ja, wir haben nämlich den, äh, sehr Gott, äh, nicht den sehr, sondern den Gottfried, den jüngsten Sohn von Strong und Rhaenyra vermisst im Vorgespräch. Und ja gut, das kann sein, dass der natürlich da mit dabei stand. Ähm, noch eine kurze Anmerkung, äh, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, im Buch ist das nämlich, glaube ich, so, dass, äh, die Krone, ähm, also das hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, dass Alicent die Krone eigentlich wegsperren lässt. Mhm. Ähm, und hier im, äh, in der letzten Folge hat sie sie ja auf Viserys Leichnam gelegt, äh, und dann auch da offenkundig getrauert. Und, äh, im Buch ist das so, dass, äh, äh, sie das, äh, diesem Haushofmeister aufträgt und der, die dann aber, äh, also der verzieht sich dann mit seinen Leuten. Ich, 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 ich glaube, das ist das dann auch, ähm, weil Sir Arik, äh, schleppt die, oder Eric schleppt die auf jeden Fall nicht zu ihr, sondern ich glaube, dieser Sir Stefan und, äh, deshalb traut Damon dem auch da nicht wirklich. Dann ergibt es da vielleicht dann auch mehr Sinn. Ja, aber das ist ja nicht Teil der Serie. Nee, nee, aber, äh, sie, sie haben halt diese Elemente aus dem Buch genommen, aber anders zusammengemischt und deshalb ergibt es da nicht ganz so viel Sinn, weil dieser Sir Stefan kommt eben so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hab mich halt trotzdem auch nur gefragt, wie es halt der geschafft hat, dass er die Krone überhaupt jetzt mitnehmen kann. Also man hat's ja nicht gesehen in der Folge davor. Mhm. Ja, ich meine, ja gut. Ich meine, und sein Bruder ist ja eben auch, äh, so der, einer der Leibwächter von Aegon. Das heißt sehr, also, ich glaube, da fällt's nicht so auf, wenn der da irgendwo rumstreicht, egal wo die Krone jetzt letztendlich gelegen hat. Außerdem, außerdem sollte das natürlich auch sowohl für die Figuren als auch den Zuschauer irgendwo auch ein Beratungsmoment sein. Und es war, war auch schön inszeniert. Und, äh, das muss ich noch anmerken, äh, Rhaenyra steht die Krone tatsächlich besser, als ich dachte. Äh, ein Wort zur Entzweihung der Brüder, der Eric-Brüder, äh, vielleicht noch, also, weil es ist ja jetzt endgültig, würde ich sagen, mit der Folge. Und das, also, schön, dass man das letzte Folge zumindest ein bisschen angedeutet und die da so kurz paar Worte gewechselt haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich total aus dem Nichts gekommen. Mhm. Ähm, ja, ist halt trotzdem immer noch so wie, okay, so, also, da fehlt viel zwischen den beiden. Aber vielleicht bekommen wir ja dann auch, ich weiß nicht, ob man da ein Bruder-Duell heraufbeschwören will, äh, wir werden es sehen. Ja, es ist, in der, in der Vorlage wird tatsächlich noch so ein, äh, so ein Lied erwähnt, was irgendwie einen Bade später geschrieben hat und was tatsächlich von den beiden Brüdern handelt, äh, die immer mal wieder, die, die sich dann irgendwie einmal noch im Geheimen getroffen haben und versucht haben, den jeweils anderen auf die, auf die eigene Seite zu ziehen, beziehungsweise auf die Seite der Partei, für die man kämpft. Und am Ende haben sie sich dann komplett entzweit halt in dem Wissen, dass sie, wenn sie sich das nächste Mal begegnen, sich als Feinde auf dem Schlachtfeld begegnen werden, ne? Also, das werden wir dann sicherlich in Staffel 2 auch weiter verfolgen. Wir verfolgen jetzt erstmal Rhaenyra, die durch die Gänge von Drachenstein läuft und da begleitet wird und jetzt als Königin, äh, dahin schreitet. Währenddessen, so eine kleine Parallelmontage, werden symbolisch, äh, die Spielfiguren aufgestellt, beziehungsweise eine der schönsten Shots oder eine der schönsten, äh, ja, Bilder der Folge, der Tisch zum Leuchten gebracht. Ja! Und, also, ich hab erstmal in diesem Bild, ich fand's wunderschön, so nach dem Motto, so, jetzt, die Figuren sind gesetzt, jetzt geht's los. Und jetzt wird das Licht angemacht, jetzt wird der Saal erleuchtet, also übertragen auf den Tisch da eben jetzt. Und diese, die Ländereien hellen auf, ah, das hätte ich auch sehr gerne als Cover für diese Folge benutzt, aber eignet sich nicht ganz für unser Format und auch für die, für die Schrift, die wir draufsetzen. Aber das Bild hatte schon was. Und es macht diesen Tisch natürlich nochmal sehr, nochmal sehr viel schöner. Aber das, äh, das Cover, äh, also, er ist ja zumindest ein bisschen drauf, äh, wird man dann ja, äh, jetzt hier sehen beim, beim Upload. Ähm, ja. Ja, die Perspektive von oben war schon, war schon echt toll, wo dann eben alles so erleuchtet worden ist und du jeden Fluss und jedes Wort und jedes Land gesehen hast, das war, das fand ich stark. Ja, da könntest du es endlich mal lesen, da musst du dich nicht mal im Bildschirm heller drehen, sondern da könntest du es dann auch so lesen. Ich hab, ich hab mir auch gedacht, das ist so, vorher hast du gesehen, okay, sie machen so diese Schatulle auf, wo die ganzen Steine drinstehen und ich hab mir auch gedacht, wo, jetzt werden, jetzt wird das Spielfeld und die Spielsteine parat gestellt. Ja, es ist wirklich, also so, auch wenn man wieder mal von der Bildsprache, es ist ein ganz simples, aber ja, doch effektives Bild, was eben sagt, so, die Spielsteine sind gesetzt, let's go. Ja, Mittelerdrisiko. Genau, mich hat das, da war die, Entschuldigung, die zweite Parallele auch irgendwie zu Daenerys und zwar diesmal zu Anfang Staffel 7, wo Daenerys dann in Drachenstein ankommt und dann auch an diesem, an so einem Tisch steht und dann als letztes einfach nur noch sagt, shall we begin? Und das war, genau diese Vibes hatte ich jetzt auch hier wieder bekommen. Ich muss ja sagen, also diesen Tischteester Oberast, den, äh, kennen wir ja schon lange, äh, vor allem von Stannis und, ähm, also ich fand den, fand den immer schon toll und ich wusste auch gar nicht, dass man den erleuchten kann, das kam auch nie. Ich weiß noch, Paul, ähm, als der erste Teaser damals rauskam, ich glaube ja wirklich vor fast genau einem Jahr, äh, da gab's ja schon diese Einstellung von Rhaenyra, wo sie an diesem Tisch steht und es sah, oh mein Gott, sah das geil aus. Und da dachte ich mir dann so, ja, da stehen halt die Kerzen, da hab ich gar nicht wirklich gesehen, dass halt dieser Tisch wirklich glüht durch die Kerzen, die sie dann da irgendwie drunter schieben und, ähm, es, es hat auch nochmal insofern für mich starke Symbolkraft, weil wie gesagt, das ist der Tisch von Aegon, dem Eroberer und bei dem heißt es ja auch, dass der, äh, äh, also indem er die sieben Königslande erobert hat, hat er sie auch verschmolzen zu einem Reich. Das steckt da irgendwo auch drin. Und es zeigt mir auch, dass eben das, was passiert, jetzt nicht mehr nur was, äh, bei den Targaryens oder jetzt, was sich was in dem, was sich in dem Königshaus abspielt, sondern dass das jetzt alle sieben Königs, also dass das die Lande betrifft, in dem, je nachdem eben auf welche Seite sie sich stellen und dass eben das Ganze auch sprichwörtlich entflammt wird, dass der Krieg im ganzen Land, äh, entflammt werden kann. Richtig. Ja. Ja, gut, stimmt, da hast du, da hast du schon recht. Ich meine, ähm, äh, hiermit wird dann ja auch, also da, da merkst du auch jetzt so am Ende der Staffel und auch, dass wir jetzt zum Beispiel mal, äh, in, am, also zum Ende dieser Folge jetzt ja auch dann mal Schauplätze sehen, die wir nicht mal in Game of Thrones gesehen haben. In Staffel zwei, äh, wird man deutlich mehr, äh, vor die Augen kriegen, als jetzt nur King's Landing ständig, ne, oder vielleicht noch Driftmark. Ja, na, das hat man ja jetzt auch, also jetzt hat man ja zumindest zwei, also schon mal so zwei Parteien, das ist ja schon mal ein bisschen, äh, aufgesplitteter, als wir es bisher kannten. Es folgt eine Bestandsaufnahme, es ist wirklich wie eine kleine Ratssitzung, nur nicht im kleinen Rad. Und im Stehen. Genau, das stimmt, ja. Ähm, aber es sind auch ganz schön viele Personen anwesend, also für die jetzt alle Stühle ranzukamen, ja. Was, was hier aber sehr schön ist, äh, dass, ähm, also auch wieder toll gespielt von, äh, Emma Darcy, äh, dass sie sich wirklich noch so in die Sorrolle einfinden muss, ne? Dass sie, also sie, sie kriegt da von Reynard zwar irgendwie Wein gereicht, aber das sind dann auch die Waffen. Ja, sie kommt da rein erstmal so und ja, Reynard da wirklich hier, nehmt erstmal mal, oh ja, gute Idee. Genau, und, und die, aber die, die Wachen hinter ihr, die, die musste dann irgendwie auch, äh, so ein Handzeichen geben, stehen zu bleiben und auch wie sie, also sie wirkt noch sehr verunsichert da. In der erinnert, äh, in der Hinsicht erinnert sie ein bisschen an Aegon in der, in der neunten Folge, ne? Und das war ja auch nach der Krönung direkt, also, äh, fand ich auch sehr gut, ja. Kommen wir mal zur Bestandsaufnahme, die jetzt hier getroffen wird. Erstmal reine Fakten, auf Seite von Rhaenyra und Co. stehen 30 Ritter, 100 Bogenschützen, 300 Soldaten. Ja, hab ich mir auch aufgeschrieben. Ich hab mir gedacht, ihr macht das, also muss ich es nicht. Ja, du zählst gleich die Häuser auf. Oh Gott, das ist so wahnsinnig, ich kann drei aufzählen. Ich hab ja an die Drachen gedacht, weil da hatte ich dann auch, äh, mir hinterher zu kommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also, sie sind sich erstmal, beziehungsweise, Damon nimmt das ja dann auch ganz wieder so ein bisschen in seine Hand. Ein Verteidigungskrieg, ja, ein Eroberungskrieg, eher nicht. Ähm, es gibt aber auch schon Rückmeldungen von den ersten Häusern und da hab ich mir wieder so ein paar von oben aufgeschrieben, nämlich die Finsterlins und die Messys haben auch ihre Unterstützung wieder zugesichert und dann geht's halt wieder um so, also, das ist wirklich ein Geschacher um die, um die Loyalitäten da. Ja, auch die Starks kommen nochmal zur Sprache und, äh, Rhaenys ist da ja auch wieder mit anwesend. Ähm, die Rhaenyra erkundigt sich da auch mal nach Driftmark und Rhaenys sagt dann aber, ja, das müsste, also Corlys wäre ja wohl auf dem Weg nach Drachenstein. Mhm. Ähm, und das müsste er dann aber besprechen oder er entscheidet, wohin die Flotte segelt, so sinngemäß sagt sie das. Viel Politikgerede an der Stelle. Rhaenyra hat aber dann auch so schnell die, äh, die, sag ich mal, Krisenherde ausgemacht, wo jetzt Handlungsbedarf besteht, beziehungsweise wo man noch Verbündete heranziehen kann, also, äh, aus dem Tal von Arryn, weil, äh, ihre Mutter, Aema, war ja eine Arryn und da heißt es von ihr dann auch, ja, die werden sich kaum, äh, wohl kaum gegen ihresgleichen stellen. Äh, Schnellwasser war den Targaryen immer verbunden, wird ihr dann auch gesagt. Äh, und dass sie jetzt irgendwie einen Raben an Lord Grover schicken, der aber laut Rhaenyra ziemlich wankelmütig ist, also, den müsste man überzeugen mit der Stärke, die man demonstriert. Daemon will dann da hin und sich um den kümmern und weitere Anlaufpunkte sind sowohl Sturmkapp als auch Winterfell, also die Häuser Baratheon und Stark. Äh, in den Baratheons sieht man, also, die sind dafür bekannt, dass sie noch nie ein Eid gebrochen haben und, die Rechnung dahinter ist jetzt, wenn sie die Starks von sich überzeugen können, dann, äh, äh, wird der ganze Norden folgen. Kennt man ja auch so ein bisschen aus Game of Thrones, ne? Ja. Äh, äh, und der Norden ist ja auch riesig, der lässt sich ja auch nicht halten und ist immer ein bisschen unkontrollierbar gewesen. Und dann kommt auch irgendwann mal ein Mann von der Seite. Ja, ähm, Boris Baratheon hast du noch vergessen. Ey, ich hab mir nicht alle aufgeschrieben, ganz ehrlich. Ja, aber der, der ist ja, der ist ja wichtig für das Ende der Folge. Ja, also, also, der soll ja an seinen Eid erinnert werden, beziehungsweise den Eid, den sein Vater geschworen hat, ne? Das ist so die, der Plan dahinter, ja. Dann kommt der Mann von der Seite und spricht es an, was ich mir auch die ganze Zeit über gedacht hab, nämlich die Drachen. Und wir können ja mal versuchen, sie jetzt so ein bisschen zusammenzubringen. Ich glaube, Damon fasst am Ende zusammen, dass es 13 zu 4 steht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Vielleicht erst mal kurz, weil ich hab bei den Grünen, da ist mir irgendeiner durch die Lappen gegangen. Also, die Grünen haben den Drache von Aemond und Aegon. Wer ist da noch? Welche gibt's da noch? Also, der von, der von Aegon ist, glaube ich, oh, wie heißt der denn nochmal, ähm, Traumfeuer heißt der, glaube ich. Das kann sein, ja, Dreamfire, ja. Dream, Dreamfire und, ähm, und ja, Aemond hat vor allem Varga, ähm. Wasn't that Helena einen? Ach ja, Helena hat auch noch einen, stimmt. Ah, Dume und Helena immer, ey. Ja, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich jemanden raus, das geworden hat. Ja, natürlich, ja, ja, gut. Und was ist mit Helena, ja, ich hab auch gerade, ich hab mein, hier, äh, Westeros, die Welt von Eis und Feuer, dieses riesige Buch da, das ist das einzige, also ich hab nicht Feuer und Blut, aber ich hab dieses, diese ganze Chronik, wo eben nicht nur die Targaryen-Geschichte drin ist, aber da stehen tatsächlich auch die ganzen Drachen drin. Ähm, ähm, äh, und da steht jetzt hier noch, ähm, drin, genau, die Kön, ach, hier steht, dass Traumfeuer der Drache von Helena ist und Sonnenfeuer von Aegon. Sonnenfeuer, oh, die haben so ähnliche Namen, Sun und Dreamfire heißen die. Genau, und dann stehen bei mir noch, weil das wären ja bis jetzt drei, aber ich dachte, Damon sagt, die haben vier und ich weiß halt nicht, ob eines der Kinder von, ähm, Helena und Aegon, ob die auch noch einen haben. Ähm, die heißen, die hießen wir ja, J. Hera und J. Harris. Die haben, die haben einen der Söhne, vielleicht ist ihnen hier sogar ein Fehler unterlaufen, weil sie haben ja einen der Söhne von Alicent, äh, äh, Daron haben sie ja gestrichen aus der Serie. Genau. Tatsächlich. Vielleicht hängt es damit zusammen. Hatte Viserys noch einen? Ist da noch irgendwie ein Drache übrig? Weiß ich nicht. Also hier stehen noch, äh, hier stehen noch Morgul und, äh, Shrykos. Das sind die Drachen von Jehera und Jeheris, also den Zwillingskindern von Helena. Ach ja. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die da halt noch mit reinzählen, aber dann komm ich halt auch auf fünf und nicht auf vier. Aber ist wurscht, ähm, die anderen, die 13 von der, von der, äh, von der anderen Seite, die zählt da ja zum Glück auf, oder zumindest fast alle. Äh, auf der Seite von Draenura sind, äh, unter anderem Syrax, Charaxis, Melis, Wehrmachs, Arax, Thyraxis. Und Bela hat Mondtänzerin. Das finde ich, äh, sehr zuschauerfreundlich, dass sie ihren, äh, einen ordentlichen Namen gegeben hat. Mhm. Und dann gibt's ja da noch so ein paar Wilde oder so ein paar, die noch, also ein paar Wilde und auch ein paar, die noch keinen Drachenreiter haben. Genau. Seerauch, äh, auf, auf Driftmark. Wermitor und Silberschwinger, die am Drachenberg verweilen. Stimmt, Wermitor sehen wir doch auch später noch. Genau, Wermitor sehen wir da noch. Und, ähm, und dann gibt es halt noch, ja, wilde Drachen, die nisten. Und, äh, Damon sagt dann auch, dass er, äh, äh, im Drachenberg tatsächlich weitere Eier ausbrüten lässt. Und dadurch kommt er dann, ja. Die vorletzte Folge war das, wo er da in der Felsspalte rumgeklettert ist. Genau, ziemlich tolle Szene. Und, äh, ja, die Rechnung ist 3 zu 4. 13. Und eigentlich, äh. 13. Was? 13 zu 4. Okay, weil, weil sie sagen dann da 4, irgendwie, äh, irgendwas, irgendwas ist ja komisch. Auf, also, auf jeden Fall denkt man ja, sie haben eine Übermacht, ne? Also, da meinte ja auch schon hier dieser andere Typ von wegen, ja, Mannstärke ist doch müßig, sie haben doch Drachen. Der Haken ist aber, äh, dass, äh, nicht alle von denen ausgewachsen sind. Eigentlich sind nur 3 ausgewachsen und vor allem sind die auch nicht kampferprobt, ne? Genau, das sagt Wermitor ja auch. Aber, wie gesagt, Damon ist voll in seinem, würde ich sagen, Element, ja. Aber er, also, er ist voll dabei und er will auch mit seinem Plan, er will, was sagt er, die Crewen noch vor dem nächsten Vollmond besiegt haben. Ja, ihre Köpfe auf Spieße stecken. Ja. Ähm, und sein Plan ist bislang, also, er meint, sie brauchen einen Sammelpunkt im Reich. Ja. Und, äh, deshalb will er, äh, also, dazu hat er Harrenhall auserkoren, äh, schließt er dann irgendwie auch den Kreis, ne? Weil, äh, äh, das allererste, was wir in dieser Staffel gesehen haben, war ja der große Rat auf Harrenhall. Und er meint dann, es geht darum, dass man die Grünen, äh, vom, äh, vom Westen abschneidet, sodass man dann die Möglichkeit hat, King's Landing, äh, zu umstellen mit den Drachen. Aber ist es dann nicht erst in der nächsten, ist es nicht erst in der nächsten Szene, wo die dann weder um den Tisch rumstehen und da dann die Pläne schmieden, wer wohin geht? Es gibt sehr viele, die stehen um den Tisch drumrum. Nee, das ist das, was er vorschlägt. Das andere ist dann das, was sie später machen. Okay. Ja, das ist. Ähm, aber ich glaub, er begibt sich dann trotzdem nach Harrenhall, das, das bleibt dann noch übrig. Aber, äh, da werfen dann ja die Söhne ein, dass sie gehen wollen. Nee, das mein ich, ja, das kommt nachher erst. Jetzt haben wir noch, also, weil dazwischen ist noch eine andere Szene. Genau. Genau, dann, ja, ja, genau. 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 Dazwischen ist noch eine andere Szene, die auch nicht unwichtig ist, äh, denn, äh, sie werden hier unterbrochen. Äh, Sir, äh, Eric, äh, kündigt an, dass ein Schiff, äh, vor der Küste oder sich der Küste nähert und sie sollten da ja auch schon noch halten. Äh, äh, und, äh, ganz wichtig, dieses, ähm, Schiff führt ein, äh, Banner mit einem dreiköpfigen grünen Drachen. Wo ich mir jetzt aber auch so dachte, ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, als Aemon, äh, nee, als, als, äh, äh, genau, als Aegon, äh, zum König gekrönt wurde, was er da für einen, äh, Banner hatte? Da hatte er nämlich einen goldenen Drachen auf einem grünen Hintergrund, glaube ich. Hab ich nicht aufgepasst, muss ich gestehen. Golden, golden, weil sein Drache Sonnenfeuer, äh, golden ist. Die Marketingabteilungen nicht richtig abgesprochen. Ja, vielleicht. Nein, äh, es folgt eine Szene, die auch ein bisschen bekannt vorkommt. Theresia, wie ging's dir? Hast du dich auch an Folge 2 erinnert gefühlt? Allein wegen der Besetzung und wer sich da dann auf der hübschen Brücke da gegenübersteht? Also, du meinst nicht, also Folge 2 von House of the Dragon? Von House of the Dragon, ja. Stimmt, weil du es jetzt auch gesprochen hast. Auf der einen Seite ist wieder, wieder Daemon. Ja. Ähm, auf der anderen Seite steht Otto Hohenturm. Genau. Wie die Zeit vergeht, ja, ja. Ja, halt auch irgendwie dann, um, ähm, Stärke zu symbolisieren, ähm, kommt Rhaenyra dann noch, ähm, imposant auf ihrem Drachen angeflogen. Genau, landet auch dort, wo sie ja auch das letzte Mal, genau. Also erstmal natürlich, um den so ein bisschen dünnen Weg abzuschneiden, aber sie landet auch an derselben Stelle, wo sie ja auch vor 16 Jahren gelandet ist. Und drängt sich genau wie in Folge 2 auch durch die Reihen von Otto vor und stellt sich aber diesmal auf die Seiten von, äh, von Daemon. Genau. Ja, 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 das ist ja kein Zufall, äh, hatte ich ja vorher schon erwähnt, äh, wie die zweite oder, also die zweite und die dritte, glaube ich, auch von Greg Yentanus inszeniert und auch geschrieben von Ryan Condell, ne? Ja, das ist schon sehr, sehr auffällig und das ist ja auch ein bewusstes Zitat. Und Otto kommt da mit seinem, ja, mit seinem vorgeschriebenen Text, bla bla bla, Treue schwören, ähm, und so weiter. Und da, was da am interessantesten sind, das sind natürlich die, die Angebote oder das, was Rhaenyra erhalten soll, wenn sie die treu schwirrt, nämlich Drachenstein und, äh, Lucerys. Da haben wir ihn nämlich auch wieder, dass er explizit angesprochen wird, dass er der legitime Erbe von Driftmark bleiben soll. Und dann kommt, ja, die Provokation schlechthin, denn die Söhne von Daemon, also Aegon und Viserys, genau, die sollen knappe und die höchst angesehene Position des Munchengs übernehmen. Und das ist doch was, das ist doch bestimmt auf Ottos Mist gewachsen, oder? Ja, also, bei dem anderen, da hat ihm Alicent bestimmt gut zugeredet, aber das. Ja, Alicent. Ich muss ja, wo Otto mit der Ansprache angefangen hat, ich muss ja da schon so schmunzeln, weil sie jetzt so gesagt haben, und das hab ich mal aufgeschrieben, Aegon in seiner Weisheit. Und ich so, ja klar, jeder, die Lüge ist. Ja, ja, das ist, das ist wie so ein richtiger PR-Text, den er da runter sabbelt. Ja. Vor allem erlaubt er sich schon einen Fehltritt ganz am Anfang, den er nennt, Rhaenyra, und das, obwohl sie die Krone auf dem, im Kopf hat, nennt er sie Prinzessin Rhaenyra und sie so, nee, jetzt Königin. Naja, das sieht man wieder, dass jeder einen anderen Standpunkt hat. Ja, und dass sie es nicht anerkennen, natürlich, ne, aber ich mein, sie hat demonstrativ die Krone auf, das ist ja, da ist ja, da ist ja auch einfach, das erinnert auch tatsächlich ein bisschen an, äh, hier, Daenerys in der, in der Drachengrube, äh, in der siebten Staffel, ne, wo dann irgendwie alle sich versammelt haben und ja, wo ist sie denn? Ach ja, na, sie kommen natürlich auf ihrem Drachen, ne, ist klar. Ja, es sind ja, äh, durchaus, äh, äh, vor allem, äh, das verspricht ja auch noch, äh, Aegon in seiner unendlichen Milde und Weisheit, äh, den abtrünigen Rittern, äh, die sich jetzt auf die Seite von, äh, den Schwarzen geschlagen haben, äh, den wird Begnadigung versprochen. Und, äh, Damon sieht dann aber vor allem in der Nummer, dass seine Söhne zu Mundschenk und Knappe degradiert werden sollen, also zu Bücklingen für die Thronräuber und Verräter werden sollen, sieht er die absolute Provokation. Vor allem, also, er, er beschimpft dann wirklich den, den König als Thronräuber und Trunkenbold. Ja, ja. Und, äh, und Otto beharrt dann aber darauf, ja, also bitte, König Aegon wurde gesalbt vor Tausenden, er trägt den Namen des Eroberers, er trägt die Krone des Eroberers, er trägt das Schwert des Eroberers. Und, äh, vor allem, und da merkt man, äh, dass die wirklich da so, ähm, was ihre Strategien, äh, sind sehr ähnlich ticken, denn er sagt nämlich auch, und, äh, das sagt er auch in dem Bewusstsein, also, er kann sich wahrscheinlich denken, dass sie genau diesen Schlachtplan hatten, und das ist ja nun mal auch so, äh, dass sie auch, äh, also, dass die Krone auch schon herangerückt ist an die Häuser Stark, Baratheon und Tully. Hm. Ja, und in den meisten Fällen haben das ja dann schon die, die Vorgänger von den jetzigen Herren dieser Namen getan. Ja, ja, das, das wurde ja schon in Folge 9, also, äh, 20 Jahre her mit den, mit den Eiden und diejenigen, die die geleistet haben, die leben eh schon nicht mehr. Ähm, Rhaenyra tritt da dann nahe an Otto heran und reißt ihm das Zeichen der Hand vom Umhang und schmeißt sie übers Geländer. Also, er ist, er ist genauso wenig die Hand wie Aegon König, ne? Ja. Ja, und dort dachte ich, wo er eben den Mäster zu sich holt, der gibt ihm jetzt ein neues Abzeichen. Hahaha, das wär gut, er hat so ne ganze Packung, einstecken. Ähm. Ja, ja, der, der, der hat so ein, so ein Fünferpack dabei. Genau. Nur für alle Fälle. Weiß ja, ja, also, die kleinen Dinger, die fallen doch, die fallen doch bestimmt auch mal ab, da ist es immer gut, wenn man noch einen Ersatz dabei hat, ja, ja, ja. Ähm, aber was er tatsächlich irgendwie übergibt, ist ein Schriftstück, äh, eine zusammengefaltete Buchseite, die Otto an Rhaenyra überreicht und eine Buchseite, äh, von der ihr Alicent früher vorgelesen hat. Ja, in Folge 1, da reißt, äh, Rhaenyra das aus dem Buch und Alicent ist total, äh, brüskiert von wegen, ah, Mensch, das kannst du doch nicht machen. Und das ist eben genau über, äh, hier die Kriegerprinzessin Nymeria, ne? Genau. Also die, äh. Da musste ich auch kurz stoppen und musste dieses Gekritzel dort, äh, entziffern, aber zumindest den Namen, den konnte ich entziffern. Ja, sie teasern das hier auch immer wieder an, ähm, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, weil es, äh, könnte ja wahrscheinlich sogar noch ein, eine, eine Spin-Off-Serie da zu kommen, die irgendwie Ten Thousand Chips heißen soll. Die ist aber noch in der Entwicklung. Man muss sagen, da hat Otto bei Rhaenyra dann auch tatsächlich einen wunden Punkt getroffen, ne? Also, dass das, also sie merkt, dass das wirklich von Alicent selber kommt und kann sich dann auch eine Träne nicht verkneifen tatsächlich. Hm. Damon wird inzwischen alles zu viel. Dem geht das ganze Schmierentheater da, ja, sehr gegen den Strich. Und er möchte es beenden und zieht sein Schwert. Der Drache bäumt sich auf und Rhaenyra stoppt die Auseinandersetzung und sagt, dass Königsmund die Antwort bei Tagesanbruch erhalten wird. Und da fährt sie eben so das zweite Mal so in die Parade, weil sie auch schon gesagt hat, nichts wird ohne mich entschieden. Und jetzt unterbindet sie die Eskalation da auf der Brücke. Ja. Und es ist wieder sie, die ihn daran hindert, wie auch schon in Folge 2. Wo sie ja sagt, glaube ich, hier, du musst mich erst töten oder so irgendwie. Es ist wieder sie, die ihn davon abhält. Ja, und Damon will sich ja vorher eigentlich auch eigenmächtig durchsetzen. Er befiehlt ja dann eben wie hier Sir Eric, der soll Otto Hohenturm für ihn holen, ne? Und die Antwort will ja Otto dann ins Maul schieben. Also die Antwort an die Königin. Und Otto redet das ja. Also da merkt man auch wirklich, dass er das, also Otto, dass er das direkt ausnutzt, dass Rhaenyra so ein bisschen weich wird an der Stelle. Das ist ja wirklich so von wegen, ach ja, es muss doch kein Blutvergießen geben. Beugt euch einfach, das Reich kann wieder in Frieden leben. Also man muss sagen, das ist schon, ich meine, die haben denen nun mal wirklich den Thron gestohlen. Das ist nun mal wirklich ein Fakt. Und dass sie jetzt vor denen buckeln sollen und sich dann mit solchen Bedingungen zufrieden geben sollen, das ist schon wirklich der größte Frevel überhaupt. Also, wirklich. Wobei mir da halt auch bei Otto Hightower schon in früheren Folgen aufgefallen ist, dass der wiederum wahrscheinlich auch, also klar, der ist ein Strippenzieher, aber der bekommt auch wiederum Druck von sowohl seinem Bruder als auch wahrscheinlich dann seinem Vater oder auf jeden Fall dem eigenen Haus. Aber das ist auch was, was in der Serie, davon bekommt man nahezu gar nichts mit. Man hat die Hightowers einmal gesehen bei der Hochzeit. Ja, nee, 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 man hat ihn auch schon in Folge 3 gesehen. Aber sie ist nicht präsent, kannst du mir nicht erzählen, also, dass die Serie das erzählt, dass Otto auch nur beeinflusst wird. Man kann es sich aber durchaus so herleiten, also es wird jetzt nicht direkt erzählt, aber es kommt trotzdem. Ja, aber das muss man schon weit herleiten, weil jetzt, wie gesagt, das stimmt, dass er den Bruder hat, das kriegt man nur ganz selten gesagt. Ja, es gab aber, wie gesagt, in der dritten Folge gab es eine Szene, wo man ganz genau sieht, dass der auch Druck auf ihn ausübt. Ja, aber das war eine Szene von zehn Folgen und dazwischen hörst du nie wieder was von dem Bruder. Man hat den Bruder dann aber auch nochmal bei der Hochzeit gesehen und auch bei der Jagd. Es gibt eine nächtliche Sitzung, bei der dann Daemon Rhaenyra auch nochmal zur Rede stellt und seine einfache Rechnung, die er vorher auch schon gesagt hat, nochmal wiederholt. Rhaenyra zeigt sich an dieser Stelle abwägender als zum Beispiel ihr jüngeres Ich oder auch als Daenerys in den späteren Staffen, denn sie sagt, dass wenn Drachen einmal in einen Krieg eingegriffen haben, dann hat alles gebrannt. Und sie möchte nicht über ein Königreich aus Asche und Knochen herrschen. Das zeigt auch so ein bisschen ihre Entwicklung natürlich von der jungen Frau, die gesagt hat, komm, lass doch einfach runter zur Dreharchie fliegen und alles niederfackeln. Und dann haben wir gewonnen bis jetzt zu der, die das vielleicht doch erst mal abwägt. Es gibt einen offenen Streit zwischen Daemon und Rhaenyra. Ach, in dem Moment sind auch noch ganz viele andere Leute anwesend, die dann erst von Rhaenyra rausgeschickt werden. Und dann gibt es eine Szene zwischen Rhaenyra und Daemon, die wir so auch, ja, länger nicht mehr so zu zweit gesehen haben. Also das hat mal wieder einen Einblick in deren Beziehung gegeben, die, ja, auch nicht so die beste ist. Nicht sehr liebevoll. Obwohl man sowas vorher noch nicht gesehen hat. Du hast es aber auch gerade schon angesprochen, dass, also ich habe hier bei Rhaenyra an einer Stelle, wo sie, sie sagt ja praktisch, sie will nicht die Königin der Asche sein. Und das war ja auch so lange das Credo von Daenerys, ne, beziehungsweise das, was sie sich eingeredet hat. Obwohl das eigentlich von, von, ich glaube, das stammt von Tyrion, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, irgendwie. Das hat er ihr eingetrichtert. Und, äh, äh, naja, also Daemon will jetzt halt Ergebnisse sehen, beziehungsweise erwartet einfach, äh, dass sie jetzt mal irgendwas tut. Und andere fürchten dann ja, dass sie, dass sie diese Bedingung eventuell akzeptieren könnte. Und sie gemahnt dann daran, äh, ja, was ist denn meine wahre Pflicht als Königin? Äh, soll ich hier für Einheit und Frieden sorgen? Oder soll ich einfach nur auf dem eisernen Thron sitzen? Und Daemon hört dann da richtig die Worte seines Bruders aus ihr. Und das gefällt ihm gar nicht. Äh, und, äh, äh, er meint dann halt schon, ja, äh, du kannst jetzt hier überlegen, das Reich zu verteidigen. Oder, oder ob es, ob du es in Krieg stürzt. Aber der Feind, sagt er dann wirklich explizit, der Feind hat uns schon den Krieg erklärt. Und was willst du jetzt dagegen tun? Dann schickt sie alle raus. Und, äh, 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 sie meint dann, ja, also du, du kriegst dich ja kaum ein mit deiner Aufsicht, äh, mit, mit, mit deiner Aussicht auf Krieg. Und, äh, äh, sie fordert ihn dann auch heraus, weil er meint dann, ja, du kannst ja unmöglich das Knie beugen, die Hohenturms haben dir dein Geburtsrecht gestohlen. Und sie meint dann, ja, würdest du auch den Thron holen wollen, wenn du dafür nicht Otto Hightower den Kopf abschlagen müsstest? Und er fordert dann aber von ihr ein, dass sie, dass sie den Krieg erklären soll, denn es sei auch ihre königliche Pflicht, eine offene Rebellion wie diese niederzuschlagen. Aber Theresia, vielleicht kurz, ähm, um auf die, äh, menschliche Beziehung zwischen Daemon und Rhaenyra zu sprechen kommen, weil er packt sie ja dann auch ziemlich grob am Hals. Und es ist wirklich, also, es ist auch wieder, wie ich finde, eine sehr unangenehme Szene. Wie liest du die Beziehung oder wie, was passiert in den Figuren? Also, für mich kam es trotzdem ein bisschen überraschend, dass sie sich so behandelt hat. Also, dass jetzt da, ähm, trotzdem die Beziehung irgendwie, ja, nicht die liebevollste ist oder nicht jetzt bei beiden die große Liebe, aber doch halt irgendwie eine gewisse Verbundenheit ist. Es war ja irgendwie schon, von Beginn an hat jetzt die Serie immer gezeigt, dass sie irgendwie immer schon eine besondere Beziehung zu ihrem Onkel gehabt hat. Aber, ja, also, es zeigt halt, Daemon halt so im ganzen Umgang, also eigentlich auch mit allen seinen Familienmitgliedern, wie gesagt, mit seinen Töchtern habe ich jetzt nicht die größte Beziehung, auch zu Lena, habe ich das nie so empfunden. Da war immer irgendwie so eine gewisse Kälte überall mit dabei. Ja, und hier wird er ja direkt handgreiflich und, boah, ich weiß nicht. Ja, das ist nicht nur, dass er die nur so ein bisschen am Hals packt, sondern ihr aufsichtlicher wirklich die Luft abdrückt. Ja, ja, er erwürgt sie, aber obwohl, das hat ja auch einen Auslöser, das ist ja letzten Endes, äh, also ihm, ihm, äh, passte das ja schon gar nicht, dass er förmlich seinen toten Bruder aus ihr sprechen hört. Und, äh, dann kriegt er ja auch spitz, dass, also sie, sie beruft sich dann ja darauf, äh, meine König, äh, also mein, mein Eid geht ja über königliche Ambitionen hinaus, von wegen hier das Lied von Eis und Feuer, was, äh, äh, dein Bruder mich, mich, äh, gelehrt hat oder worin er mich eingeweiht hat in diese ganze Bestimmung und Prophezeiung. Und, äh, das ist dann auch die Wut auf seinen Bruder, die ihn übermannt an der Stelle tatsächlich, würde ich sagen. Es hat gar nicht mal unbedingt so mit ihrer Beziehung zu tun, weil das ist der Auslöser dafür. Aber wenn ich eine liebevolle Beziehung führe, dann mach ich das nicht mit meiner Frau. Egal, was der Auslöser ist. Er ist in dem Moment ein totaler Idiot. Ja, das, das will ich ja auch gar nicht bestreiten, aber ihr stellt es jetzt so hin, dass er halt willkürlich seine Frau so wirkt und so ist es ja nicht. Es hat ja einen konkreten Auslöser und er projiziert seine, seine Wut auf seinen toten Bruder, auf sie in dem Moment. Ja, aber dann soll er halt den Tisch oder den Stuhl kaputt hauen und nicht auf seine Frau losgehen. Ja, genau. Das, äh, das steht ja auf dem anderen Blatt, dass er das an seiner Frau auslässt, aber das heißt ja nicht automatisch, dass deren Beziehung durchweg toxisch ist. Ja, aber die beste Beziehung ist es jetzt auch nicht, ja. Das, äh, das hab ich ja auch nicht behauptet. Bring mir mal eine Szene weiter, wenn ihr zu der Szene nichts mehr zu sagen habt. Können wir gern machen. Das ist so weit eigentlich nicht, nee. Als nächstes, Lord Corlys, ja, er lebt noch. Er wacht auf. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Was, was ich mal ganz schön fand, dass man tatsächlich auch bei ihm so einen kleinen Alterungsprozess auch mal mit eingebracht hat. Reynus ist bei ihm und ich sag mal so, es dauert nicht lang, bis Reynus ihm auch so ein paar Vorwürfe macht, äh, dass er sie doch alleine gelassen hat. Sie musste das alles alleine durchstehen, weil, ja, er nur daran war, irgendwie wegzusegeln. Und also in dieser Szene ist mir auch nochmal unterstrichen worden, dass ich Corlys gar nicht so sehr vermisst habe als Figur. Denn er ist eigentlich schon ziemlich egoistisch und eigentlich auch eine sehr anstrengende Figur. Na, das sieht er aber auch irgendwo dann ein in der Szene, ne? Ja, das entwickelt sich so ein bisschen. Er erfährt ja hier erstmal so ein paar Sachen, die den ZuschauerInnen jetzt schon länger bekannt ist. Der erfährt von Baymans Tod unter anderem. Und Reynus berichtet ihm dann natürlich auch gleich, dass es Damon war. Das Konfliktpotenzial ist auch da, da. Und Corlys zeigt sich ein bisschen resigniert und möchte sich da eigentlich auch auf keine Seite so richtig schlagen und sich für niemanden erklären und sich stattdessen auf Hochflut mit seinen Enkeltöchtern zurückziehen. Und, ja gut, da muss ihm das Fieber schon ein bisschen zugesetzt haben, dass er glaubt, dass das dann so einfach, dass das seine Wunschvorstellung ist oder dass er denkt, ja, so könnte es sein. Ja, er hat halt auch noch nicht so die Vorstellung, also er hat ja gerade eben erst erfahren, dass Aegon König ist und hat das dann wahrscheinlich noch nicht so ganz registriert, weil die Söhne, die Rhaenyra mit, ja gut, oberflächlich betrachtet mit Laenor Velaryon hatte oder hat also ihre beiden Söhne eben, die ja eigentlich von Harwin Kraft sind, die haben ja immer noch Thronanspruch und die werden nicht wirklich sicher sein, solange Aegon König ist. Ja, aber ich glaube, er hat für sich halt so das abgeschlossen, dass er sagt, okay, ist jetzt nicht mehr mein Kampf, das muss jetzt die andere Generation machen, da halte ich mich jetzt raus. Ja, vor allem ist er ja, hat er ja auch noch einen gewissen Groll auf Rhaenyra gegenüber Rhaenys, also der glaubt ja nach wie vor, dass sie in Laenors Tod verwickelt war. Da haben sie sich natürlich dann jetzt im Nachhinein selber eine Grube gegraben, also jetzt Rhaenyra und Daemon, weil das ist ja letzten Endes das, was sie irgendwie davon abhält, die Velaryons, also dass die Velaryons sich zu ihnen bekennen wollen. Ja gut, aber das hat sich ja dann auch ganz schnell wieder erledigt. Also, wie gesagt, er lässt ja diesen Dampf ab über Rhaenyra und Rhaenyra sagt dann ja aber zu ihm, dass sie momentan die Einzige ist, die das Reich noch irgendwie zusammenhält, beziehungsweise die Einzige, die da noch so dabei ist, die nicht sofort einen Krieg entfahren möchte. Genau, also sagt sie dann ja alle, die um den Eroberertisch da rumstehen, die drängen sie die ganze Zeit zum Krieg inklusive Daemon und sie ist die Einzige, die hadert tatsächlich. Genau, und da gibt's dann auch gleich die Überblende, das ist sogar noch, also wir hören noch ein Stückchen von dem Gespräch zwischen den beiden. Ich fand, ich fand eine, Entschuldigung, ich fand eine Zeile, als er, also er erfährt ja da auch von dem Tod seines Bruders wämend. Ja. Und wie er dann sagt, kopfloser Ehrgeiz war schon immer Schwäche der Velaryons. Oh ja, vor allem war ich auch, hatte ich auch erst Sorge des Reigns, dass dann sofort damit rausrückt, dass Daemon das war und so weiter. Also da hatte ich erst gedacht, hätte auch anders reagieren können. Ich hab mir auch gedacht, warum macht sie das? Will sie jetzt so zündeln? Will sie jetzt damit jetzt irgendwie so eine Entscheidung von ihm erzwingen, so in der Art, dass er sich nicht auf die Seite von dem Mörder seines Bruders stellen will? Ich glaub, sie wollte einfach nur ehrlich sein zu ihrem Mann. Ja, hab ich mir im Nachhinein auch gedacht. Weil sie war ja in dieser Folge der Überbringer der schlechten Nachrichten. Ja, man merkt, bei denen hat dann aber auch so über die Jahre der Haussägen jetzt schiefgehangen, ne? Naja, der war ja die ganze Zeit abwesend. Und Reigns hat ja am Anfang aufgezählt, was sie alles ohne ihn verarbeiten musste. Weil er im Kopf hatte halt lieber woanders zu sein. Ja, was ich, also mein letzter Gedanke dabei war auch noch, dass die jetzt so quasi die Rollenüberganger sind. Also was früher irgendwie Macaulis und Rhaenys gewesen ist mit, ja, das ist dein Thron und ich mach das jetzt auch alles nur für dich und du musst doch Königin sein, geht jetzt quasi auf Daemon und Rhaenyra über. Dachte ich so, weil jetzt Rhaenyra auch wieder dies, die sagt, naja, jetzt mal ruhig Blut, und nicht gleich hier Krieg schreien und Daemon ist so der, nee, das ist doch dein Geburtsrecht und du verdienst den Thron und schwingt halt so die gleichen Reden wie früher Corlys. Ja, man darf nicht vergessen, dass Daemon ja auch schon mit Corlys in den Krieg gezogen ist zusammen, ne? Und dass sie ja da auch siegreich waren auf den Trittsteinen. Was ja auch nochmal hier tatsächlich wichtig wird. Mhm. Ja, wir sehen nämlich dann, wie sich Lord Corlys dann zu einer Besprechung gesellt, zusammen mit Rhaenys, wo Daemon nicht anwesend ist. Am Stock. Genau, am Stock und Daemon ist nicht da. Corlys, ich weiß nicht, er lässt, glaube ich, nur so einen Blick über die Tafel schweifen und sagt dann, ja, nee, das reicht nicht. Also, das reicht nicht, um hier auf einen erfolgreichen Krieg zu führen und dann sichert er tatsächlich Rhaenyra die volle Unterstützung zu, erkennt sie als Königin an. Und genau, Corlys berichtet an dieser Stelle eben auch von der Kontrolle der Trittsteine. Die Triarchie, wie gesagt, wurde komplett zerschlagen. Alles so nebenbei, ja. Genau, aber das ist natürlich dann zumindest die Herrschaft über die Meerenge, ist ja dann ein politisches Mittel oder ein Mittel des Krieges, was sie sehr gut ausnutzen können. Ja, sie können jetzt im Prinzip genau das mit King's Landing machen, was die Triarchie vorher damit getan hat. Sie können den Seeweg abriegeln. Das ist die Gurgel, wird das genannt. Und dadurch können sie jeglichen Schiffsverkehr in die Hauptstadt unterbinden. Auf lange Sicht werden die dann da, ja, hungern dann wahrscheinlich auch. Natürlich dann auch die Bevölkerung wird es dann wieder abkriegen. Äh, und natürlich nicht die Adeligen. Aber, äh, dadurch können sie dann, äh, also, wenn sie die Meerenge kontrollieren, so meint er, haben sie die Möglichkeit, äh, King's Landing zu umstellen und den Roten Bergfried zu belagern und eine Kapitulation dann irgendwie zu erzwingen. Und, ähm, was dann die, die Überwachung der, äh, der, der, der Gurgel angeht, da bietet sich dann tatsächlich Rhaenys an, das mit ihrem Drachen Melees zu überwachen. Und das, das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie, wie Rhaenyra da erst zu Corlys blickt und dann zu Rhaenys herüber und sie ganz genau weiß, dass, äh, die es letzten Endes ist, die Corlys diesen Anschluss gegeben hat. Und da hat sie wieder diesen Gesichtsausdruck. Das war der gleiche, wie, wie sie hier bei, wo, bei der BRD und bei dem hier, bei dem Treue schwirmen, bei dem Niederknien. Da steht sie auch einfach, und ich weiß nie, lächelt sie? Smirkt sie? Also, das ist so, so ganz... Ist es ein ehrliches Lächeln? Oder ist es so ein, so ein, ja, weiß man nicht, wie sie jetzt da steht. Also, man meint immer zu wissen, auf welcher Seite sie ist oder was sie drüber denkt, aber man, das Lächeln ist nicht eindeutig. Man hat auch so was Weises, so was, auch Unterstützendes, ähm, aber, ja, weiß ich, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Mir fehlen da die Adjektive. Falls euch, liebe Zuhörerinnen, welche einfallen, äh, schreibt's gerne in die Kommentare. Sie ist, äh, in der Hinsicht vielleicht auch so ein bisschen eigentlich der Gegenentwurf zu Damon, ne, der ja auch in einigen Folgen einfach nur so da steht, feixt und so die Show genießt. Ja, sie macht das Ganze, ähm, mit sehr viel mehr Zurückhaltung und einfach, ja, Rhaenyra betont hier aber auch nochmal, dass sie nicht diejenige sein wird, die den ersten Schlag machen wird. Ja, aber sie versuchen jetzt nochmal die, also, wenn ja dann nochmal Leute zu den Häusern geschickt, also sogar die Söhne, die Botschaften sollen, bieten sich an, verschickt werden, genau, ähm. Genau, an Winterfell, hohen Ehr und Sturm. Genau, soll nochmal ein bisschen, ein bisschen Wahlkampf gemacht werden. Und dann schalten sich die Söhne ein, ne? Die bieten sich an, ne? Ja, also erst, erst wollen sie nämlich Raben schicken, ne, ich glaub, der Maester soll erst Raben schicken und dann funkt Jace dazwischen, hey, wir können doch gehen und Raben sind schneller als Drachen und vor allem auch überzeugender. Andersrum, Drachen sind schneller als Raben. Ach so, sorry, ja, okay, man merkt es später. Ja, da hab ich mich auch gefragt, okay, ist das jetzt so die glückste Idee, die Kiddies da loszuschicken? Also, mit Hinblick auf das Ende, nein. Aber, ich fand's auch, ich fand's auch gewagt. Schon, schon an dieser Stelle, die müssen doch auch damit rechnen, dass da Unmut da ist und dass auch die Seiten da nicht so wohlig aufeinander zu sprechen sind. Ich weiß es nicht, also. Vor allen Dingen, also hat's ja Otto Hohenturm ja auch gesagt, so quasi, wir haben ja schon quasi die Fühler ausgestreckt nach Winterfell, Sturmkapp und so weiter. Ja, auf der anderen Seite betont ja dann Rhaenyra in einer späteren Szene, wo sie die dann losschickt, dass die wirklich als Boten gehen und nicht als Ritter oder Krieger. Und das wird ja auch dann durchaus geachtet. Das können wir ja da, genau, das ist die Szene, die sich darin anschließt, nämlich wie Luke und Jace aufbrechen wollen und da nochmal kurz eine Unterhaltung mit Mutti haben. Und da sagt sie das dann, sie lässt die beiden ja schwören oder was macht sie da mit den Glauben der Sieben nochmal? Die hat ja so ein schickes Buch und dann müssen sie, ja, ich glaube, darauf schwören, dass sie... Ja, dass sie als Boten gehen und nicht als Krieger, also dass sie da nichts anstellen. Aber dann, ja gut, aber in dem Zusammenhang, also das würde ja potenzielle Feinde oder Anschlagverübende nicht interessieren, ob sie da jetzt als Boten oder als Krieger hingehen. Ja, aber du musst bedenken, die haben Drachen, die anzugreifen jetzt irgendwie, also die fliegen ja auch. Das heißt, sie können auch nicht irgendwie auf dem Weg. Also der Plan sieht dann so aus, glaube ich, dass, also Jace soll nach Norden fliegen. Zuerst nach Hone, eher zu Lady Jane Arden. Arden, ja. Ja, und dann zu Gregor Stark und Luke hat's auch gar nicht weit, soll eigentlich zu Lord Boros Baratheon nach Sturmkapp und beide sollen aber die Lords an die Eide erinnern und nicht nur an die Eide, sondern auch den Preis dafür, wenn man sie bricht. Ja, schön das Targaryen-Theme oder beziehungsweise auch das Theme, was kommt als zum Beispiel hier Daenerys nach Westeros übersegelt. Also auch ein ganz bekanntes Theme, wie die Drachen da dann in der, ist das schon die Abenddämmerung? Ja, ne, oder? Ja. Dann dahin ist natürlich auch über Nacht, okay. Ja, es ist ja nicht so weit nach Sturmkapp. Nee, das stimmt, aber Sturmkapp ist natürlich jetzt auch vom Wetter her nicht so das Einfachste. Aber was ich mich gerade drückt, das sind doch, weil ich hab so im Kopf, dass da drei Drachen losgeflogen sind. Sondern wir haben nicht verstanden, was der dritte Drache sein soll oder wer das sein soll. Ich glaube, das war Reynus, oder? Reynus? War das Reynus? Was kann sein, dass sie in die Gurgel ist? Ach, das könnte natürlich sein, natürlich, die wollte doch da zu, äh genau, die wollte da zu dieser Gurgel. Ja, stimmt. Ich hab's, ich hab's mir, ich war mir da auch nicht sicher, ich hab's mir dann irgendwie zwei, dreimal angesehen und war sogar erst am überlegen, ob es, ob es Dämen ist. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Das hatte ich nämlich auch gedacht, aber nee, der war ja gar nicht da. Wird geklärt? Ach so. Ich hab eher noch gedacht, dass es Rhaenyra ist, die noch ein Stück mit ihren Söhnen mitfliegt. Nee, nee, aber nicht in dem Zustand. Nee, 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 nee. Ich wollt grad sagen, Dämen, äh, hab mich gefragt, wo er ist, aber das sehen wir ja in der nächsten Szene schon, wo er ist. Der ist unterirdisch unterwegs mit einer Fackel und singt ein Liedchen vor sich hin auf hochvalyrisch und wir sehen schon, wir hören vor allen Dingen als erstes, äh, wie sich schon Drachengeräusche so langsam aufbauen und dann speit ein Drache, in dem Falle Wermitor, einmal volles Feuer und präsentiert sich dann all seiner Größe und ach, also von solchen Szenen ganz ehrlich, so ein dunkleres, Raum und dann erhellt das, erhellt das Drachenfeuer, dieses ganze, das kann ich mir jede Folge anschauen, ich find das. Da kannst du, da kannst du nie genug von geben. Ja, ich find das irgendwie stimmungsvoll und die Drachen, also wie gesagt, bei denen, auch bei dem vor uns, bei diesem kleinen, äh, wo sie da die Ehre schwören sollen und da, ähm, Dämen's Drache sich dort aufbaut, also ich find, an Tageslicht sehen sie halt schon, also ja, da, da fällt's eher auf, dass es Drachen halt so nicht gibt. Aber ich finde, in solchen, in solchen wirklich dunklen Szenen, auch später dann im Finale der Folge, find ich, boah, das hat schon einen Bombast, der sieht schon gigantisch aus. Vor allem für eine Serie, ne? Ja. Ähm, hier ist aber auch ein ganz starkes Bild, find ich, dass, ähm, also er kommt dem Drachenherr, glaub ich, sehr nah und blickt dem so ins Auge und, also die spiegeln sich im Auge des jeweils anderen. Mhm. Ja, so ein Eindruck, als hätte der Drache ihn jetzt auch noch erwählt, ihn auch noch zu reiten, dann hätte der mit ja zwei. Also ich hätt's jetzt auch so empfunden, aber, ähm, ich weiß nicht, ob man mehrere Drachen besitzen kann. Ich glaube nicht, man, man darf nicht vergessen, dass die Drachen suchen sich ja die Reiter aus, nicht umgekehrt, das ist so ein bisschen wie mit den Zauberstädten. Ja, könnte vielleicht auch sein, ich, ich, äh, da weiß ich nicht, also in der Vorlage sein. Ja, gut, keine Ahnung. Das hattest du ja auch noch mal, äh, Paul, da hattest du dich ja so drüber gewundert, glaub ich, in der Folge Driftmarkt, dass, ähm, die Velaryons das einfach so akzeptiert haben, dass Aemond den ... Du hast recht, ja. Ja, aber, äh, ja, dem bleibt halt nichts anderes übrig. Ich mein, versuch mal, diese Bestie da, äh, gegen ihren Willen jemand anderem zuzuführen. Du hast vollkommen recht, ja, ja, aber stimmt, das hatte ich jetzt auch die letzten Male wieder vergessen, aber ja, natürlich, wenn die ... Der Drache ist da der Bestimmer und der hält die Zügel in der Hand, wie wir sie ja auch gleich sehen. Mhm. Ja, wir sehen einen neuen Schauplatz. Wir sehen einen neuen Schauplatz und ich hab mich gefreut, dass wir den mal sehen. Ja, ja, er wurde nämlich, äh, in, äh, ja, in Game of Thrones wurde er ein paar Mal erwähnt, ich glaub von, äh, von Stannis, dass da irgendwie, äh, 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 Robert, äh, also, Robert hat ja, glaub ich, zwei Brüder, ne, Stannis und Renly und Renly bekam schon irgendwie, als er noch ganz jung war, Sturmkapp vererbt oder so was. Und, äh, da war auch öfters die Rede von, ich muss sagen, ich hab eine Zeitlang Sturmkapp irgendwie durcheinandergeworfen mit Drachenstein, weil eben Stannis auf Drachenstein saß, ne, und das ja eigentlich gar nicht der Heimatsitz der Baratheons ist. Aber fand ich, fand ich sehr schön, hatte auch irgendwie, was gerade halt dann, äh, bei Gewitter und im Sturm. Ja, total, auch diese ganze Szenerie, die stimmt eigentlich schon sehr gut auf das ein, was dann, was dann kommt. Ja, Sturmkapp macht seinem Namen alle Ehre. Genau, ja, Theresia, hast du da vielleicht schon so ein bisschen Gefühl, dass jetzt hier etwas kommen könnte, weil, also, dieses ganze Setting spricht dafür und auch, wie Luke dann dort landet, der findet einen Parkplatz gleich am Eingang der Festung. Ja, vor allen Dingen, also, ich hab mir, also, ich hab das, ich hab das wieder nicht erkannt, weil ich, ich hab nur dieses, sag mal, andere Viech dann gesehen und dachte mir, okay, was ist denn das jetzt für ein Monster? Was für ein dieser Schott von diesem Gigant außerhalb der Mauer und, also, so ein bisschen Jurassic Park-Vibes, wo der T-Rex... Ja, da dachte ich mir, okay, was haben wir die jetzt da für ein Seemonster oder was soll das denn? Ich hab's echt nicht erkannt. Ähm, ich hab mir halt auch nur gedacht, wo der gelandet ist, aber ich hab mir gedacht, okay, also, ich, also, für das ist er, keine Ahnung, also, sein älterer Bruder ist, nee, er ist 14, ähm, hab mir gedacht, okay, du gehst jetzt da irgendwo hin, musst irgendwelche Verbündeten für dich gewinnen, das sind jetzt irgendwie Soldaten, denen musst du erst mal sagen, wer du bist und so weiter, aber ich fand, er macht's dann trotzdem für sein Alter relativ gut, also, er tritt schon sehr sicher auf und sagt hier, ähm, ich bin hier, ich komm von der Königin und so weiter, also... Ja, gut, das... Schlägt sich schon ganz gut, aber die, die, die Stimmung ist jetzt nicht die beste. Aber das ist das Gute, dann, wenn du auf einem Drachen hergeritten kommst, dann glaubt dir das auch erstmal jeder, dass du auch wirklich der bist, der du sagst, äh, der du bist, aber ich fand auch dieses... Also, dass er da alleine hingeht, auch diese, natürlich, es schüttet halt und die Stimmung im Hof hat halt gleich noch was ganz anderes und auch, wie er dort reingelassen wird, also... Der, der Sturm, das Wetter baut sich ja nur auf, also, da, wo er ankommt, ist es ja noch... Ja, das stimmt, ja. ...harmlos. Okay. Und später wird's schlimmer. Ja, ja, ja. Ja, obwohl es auch schon blitzt und donnert. Äh, und man sieht ja, also, das, das, ah, das ist, wie die Vaga inszenieren. Aber das Gewitter zieht auf, also, das Gewitter naht, das ist noch nicht so schlimm wie später. Ja, ja, es rollt halt ran, symbolträchtig auch, ne? Aber wie sie, also, das muss ich nochmal sagen, wie sie, äh, hattet ihr ja grad schon gemeint, Jurassic Park-Vibe, wie sie Vaga halt inszenieren, also, letztes Mal auch schon, du hörst halt erst das Brüllen und dann siehst du wirklich diese gigantische Silhouette. Oh mein Gott, ist das toll. Das hat gar nichts mehr so groß von so einer Eleganz, sondern das ist wirklich eine Bestie, die da draußen vor dem, vor dem Tor wartet. Ja. Und, äh, was ich auch ein sehr schönes Detail fand, so die Reaktion der, der Wachen, die da so standen, weil, äh, Luke landet dann da irgendwie so, man merkt, die sind halt gar nicht so beeindruckt von seinem kleinen Drachen, weil die halt schon die Bestie vorher gesehen haben, ne? Also, weil, normalerweise wird das ja generell den Eindruck machen, wenn da jemand mit einem Drachen landet, ne? Aber der wirkt ja süß gegen Vaga, ne? Ne, das sieht man später nochmal deutlicher, find ich. Nochmal, nochmal einen schönen Vergleich. Ja, ja. Luke geht aber erstmal rein, der wird auch reingelassen, ähm, und Boris Baratheon, also auch das Innenleben der, der Festung ist jetzt nicht sonderlich einladend, also es ist sehr dunkel und sehr... Schaut nicht sehr wohnlich an. Ja, sehr karg, wirklich, aber auch wie... Das ist aber typisch für das Haus, glaub ich. Wie Boros da trotzdem, also der ist jetzt wirklich sehr stark in seinem, auf seinem Thron. Mhm. Ich find, der hat auch was von Robert. Ja. Ja. Ja, der hat generell so ein bisschen was, also der hat nicht ganz so was grobschlechtiges wie Robert oder, ja gut, Stannis jetzt nicht so. Ja, aber die Statur ist ja ähnlich zwischen den beiden jetzt. Ja, 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 stimmt schon. Ja, irgendwie ist der so ein bisschen, also der erinnert an beide, das haben sie gut gefunden. Und ich find auch, der Name Boros passt irgendwie, der sieht aus wie ein richtiger Boros. Und jetzt, äh, da sieht man dann auch schon, dass noch jemand anderes bereits da ist, nämlich Aemond. Und er steht neben einer der, äh, der Töchter von, äh, von Boros. Ja. Und das ist ja dann, also das ist ja dann der Plot, äh, der in Folge 9 schon angeleiert wurde, ne? Also ich glaub, Thailand Lannister hatte das irgendwie gesagt, dass, äh, äh, es jetzt darauf ankommt, mit welchem Ehe- oder, oder Bündnisgesuch sie da hingehen und Lord Boros vor sich gewinnen können, ne? Ja, da zeigt sich auch, dass diese Seite das deutlich attraktivere Angebot hat, zumindest aus Sicht der Baratheons. Da bekommt er nämlich noch was. Das macht er ihm auch direkt ins Gesicht, ja. Ja, ja, und, äh, also Lord Boros, hieß es ja glaub ich auch schon von Rhaenyra, dass der sehr stolz ist, ähm, und dass der, äh, sich irgendwie geehrt fühlen würde, dass dann Prinz auf seinem Drachen kommt, aber, nö, überhaupt nicht. Und der macht sich auch so halblustig drüber von wegen, ja, du kommst von, äh, du kommst von der Königin und er kommt vom König, ja, was denn jetzt, einigt euch mal. Also das Haus des Drachen kriegt seine eigene Regentschaft nicht auf die Kette. Der macht sich wirklich schon offen lustig über die. Da ist aber auch, äh, schöne, ähm, eine schöne Nuance gewesen und zwar, so Luke, generell fand ich das schön, wie der sich wirklich nicht, also ich meine, das ist ein 14-jähriger Junge und der lässt sich wirklich nicht beirren. Ignoriert Aemon, der ihn die ganze Zeit taxiert und spricht wirklich direkt Lord Boros an, lässt ihm dann diese Schreiben aushändigen und Lord Boros ruft dann nach dem Mäster. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da hab ich mir so gedacht, kann, wahrscheinlich kann er nicht lesen, ja? Habe ich mehr gedacht, ja. Ja, das fand ich, fand ich, fand ich schön. Ja, und vor allen Dingen, er sagt ja dann eben auch direkt, es ist ja kein Angebot, weil so quasi nur eine Erinnerung an das Versprechen, das mein Vater gegeben hat und nicht mehr, also da ist sonst grad nix mit dabei. Kein, kein Ehebündnis, gar nix und also als er dann fragt, ja, welche meiner Töchter willst du denn heiraten und die stehen da wirklich wie so, wie so Matruschka-Pumpen, stehen die neben seinem Thron, sind ja nur noch drei, weil einer hat sich ja Aemon schon ausgesucht und, äh, ja, Luke muss dann leider sagen, ja, gar keine von denen, ich bin bereits versprochen und das ist von Lord Boros dann endgültig ein schlechter Witz, von wegen, ja, das heißt, du bist jetzt hier mit komplett leeren Händen nach Hause gekommen, äh, hier hingekommen, ja, geh mal schön nach Hause, Kind, ne? Geh zu deiner Mama und sag, ja, nee, nicht mit mir. Genau, ja. Und, äh, Luke sagt dann, ja, ist gut, ich überbring der Königin die Antwort, aber so leicht, äh, geht das dann leider doch nicht von der Hand. Aemon kann sich den Kommentar nicht ersparen und nennt ihn mal wieder bei seinem Beinamen Lord Strong. Ja. Und, ja, fordert ihn dann ganz frei heraus, doch eines seiner Augen, also er zieht auch seine Augenklappe hier runter. Ja, hat darunter einen Saphir. Wollte grad sagen, es sieht schon besser aus als Viserys, als er da seine, seine Maske abgenommen hat und dann wirklich diese leere Augenhöhle da zu sehen war. Ja, er hat da, wie gesagt, so ein kleines Steinchen sitzen und fordert jetzt Luke auch auf ein Auge zu entfernen, wie er eben eins seines verloren hat, auch aufgrund von Luke. Und, wie sagt er es noch so schön, er möchte es seiner Mutter schenken. Oh, ja. Oh. Ja, äh, das ist... Was hast du für deine Mutter zum Muttertag? Ein Auge, schön. Ein Auge von, äh, deinem... Das Auge von meinem Cousin? Neffen? Neffen, nee. Oh, ich, ich bin da... Wir versuchen es erst gar nicht. Das war aber auch, also das, äh, äh, also die, die ganze Szene ja auch, wo, wo Lord Boros dann irgendwie sagt, ich lass mich nicht herbeipfeifen wie ein Hund. Das ist wortwörtlich aus dem Buch, dass er das seiner Mutter schenken will, nicht, aber das spielt darauf an, äh, dass es dann später heißt, dass er, äh, einer der Töchter, äh, das Auge geschenkt haben soll, irgendwie auf einem, auf einem Bett aus Seetang. Das kommt aber wiederum hier gar nicht vor mit der Tochter, weil da ist nämlich eine von denen, ich glaube, Maris heißt die, das ist die Zweitgeborene und die grollt es ähmend, äh, dass sie nicht ausgesucht wurde, weil sie irgendwie, also sie ist nicht so hübsch wie die anderen und, äh, als dann, äh, also, äh, gut, da muss man hier die Szene vielleicht noch ein bisschen klären, weil Luke lässt sich nicht auf diese Provokation ein, vor allem will Lord Boros das nicht unter seinem Dach. Mhm. Und das ist halt auch wieder, also, ne, das Gastrecht und so, das ist ja ganz hoch in, in Westeros, es darf auch kein Blutvergießen unter dem Dach geben, deshalb wird Luke zu seinem, äh, Drachen geleitet und im Buch ist das dann so, dass diese Maris ähend nochmal damit provoziert von wegen, naja, also hat der von euch nur ein Auge genommen oder eure Eier, also, äh, äh, hier mit, mit, also, mein, mein Gemahl muss aber vollständig sein und so, ne, und das, das, das hat dann, ähm, noch mal, ja, ange, angefixt oder angezündelt eigentlich schon und das war dann eigentlich erst der Auslöser, Auslöser hinter dem herzugehen. Ich hab ja auch schon so ein bisschen, wir kommen jetzt gleich darauf zu sprechen, äh, gelesen, dass es wohl auch in der Vorlage eher so ist, dass das dann schon von Aiment beabsichtigt war, was jetzt gleich passiert. Was ja hier jetzt nicht der Fall ist. Also, ich glaube, er ist ja dann nicht mal mit der Intention da rausgegangen, ihn umzubringen, sondern wollte ihn nur nochmal necken und vielleicht wirklich sich das Auge sprichwörtlich holen, aber mit der Dramatik, mit der das Ganze ausgeht, hat er ja auch nicht gerechnet. Zumindest hat er es nicht vor. Ja, ich glaube, mit Adam wollte er ja heute nochmal beweisen, wie überlegen, dass er ist und dass er heute, ähm, der Stärkere ist von den beiden. Ja, ja. Denn was passiert, ähm, und jetzt kommen wir zu der Szene, die es mir jetzt circa zwei Tage vorher wegen der Leaks in den Feed gespült hat. Mhm. Leider. Über die kosche Sachen auf YouTube, oh, schaut's. Mich hab das nicht gehabt. In den Shorts. Ich habe mir, genau, ich habe mir ein Game of Thrones Fan-Edit, beziehungsweise ein House of the Dragon halt nochmal so Zusammenschnitte und dann scrollst du da durch, durch die Shorts so ein bisschen weiter und was weiß ich. Und dann gab's halt plötzlich so eine Szene mit Aemond auf dem Drachen im Regen und ich dachte, oh, cool. Scheiße. So, und dann, nee, ich hab erst noch gedacht, oh, ja, coole Szene. Und dann hat's aber kurz gedauert und dann hab ich irgendwann festgestellt, Moment, diese Szene gab's gar nicht. Und ich war richtig so, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann hab ich schnell geguckt und dann hab ich gesagt, okay, es steht sogar dran, groß, natürlich in Caps Lock, Leak hier, das passiert und das passiert und das, und ich dachte mir, nein, ihr ... Ja, ja, dieser blöde Leak. Ja, es war also sehr schade, deswegen, also ich hab's dann auch geschlossen, ich wollte möglichst nichts mehr wissen, bis ich diese Folge dann wirklich mal im Ganzen sehen konnte, aber so oder so diese letzte, also diese, kommt ja noch eine kleine Szene, aber diese Szene, die war schon extrem eindrucksvoll und boah, die hätte ich auch gerne auf der großen Leinwand gesehen. Ja, die ist, äh, also sie ist, sie ist jetzt nicht mal weiß wie lang oder so, aber meine Güte, das ist, also hier hat die Serie wirklich mal wieder Kinoformat, ne, das ist schon ... Ja, man muss ja sagen, mittlerweile stürmst du ja jetzt wirklich ganz schön heftig, es blitzt und donnert und regnet in Strömen, also da kann ich mir vorstellen, dass es auf dem Drachenreiten das unangenehmste der Welt ist, bei dem Wetter. Ja, kommt drauf an, wo du nirgst. Stell dir mal vor, ist ja schon kacke, wenn du bei strömendem Regen mit dem Radl fährst. Ja, ja, ja. Der Drache ist ja auch so ein bisschen gehemmt sogar, ne, also Luke ... Ja, ja, der wirkt ein bisschen verängstigt da am Hof oder so ein bisschen panisch oder so ein bisschen ... Also der steht ja nicht ruhig da. Spiegelt natürlich auch wieder den Besitzer, ne, ähnlich wie bei Rhaenyra, aber, äh, Luke spricht dem dann irgendwie so ein bisschen Mut zu, auf Allyrisch und wahrscheinlich auch sich selbst. Mhm. Oh Mann, der tut mir eh so leid irgendwie, ich, ich muss sagen, ich mag diese beiden Söhne irgendwie. Der steigt dann auf jeden Fall hoch, der Sturm wird immer schlimmer, ähm, und, und, äh, Luke ist das auch nicht so ganz geheuer alles. Und dann wieder, man hört dieses Brüllen und sieht dann den Schatten von Vaga, aber diesmal nicht aus der Ferne, sondern direkt über ihm. Und meine Fresse, ey, das hatte wirklich was von einem, von einem Vogel, wo dann irgendwie ein Flugzeug drüber ist, ey. Boah. Das waren echt Dimensionen, es ist, boah, es war echt heftig, ja. Ja, ich mein, die, die ist ja, haben wir ja schon gesagt, die ist ja, die ist ja uralt einfach, ne. Äh, ich könnt mir vorstellen, dass, also ich glaub, der noch größere Drache ist Balerion, der schwarze Schrecken, da hat man ja gesehen, der, äh, der Kopf ist so groß wie ein Haus gewesen, aber Vaga ist die Nummer zwei. Und, ähm, ja, ist, ist echt eine fiese Szene, also Luke sieht sich dann um und, äh, man merkt auch, Aemon spielt mit seiner Beute, ne, er lässt dann irgendwie Vaga an dem, an dem Vorbeistreifen und lacht dann wie bescheuert. Und verfolgt den dann eine ganze Weile dann auch übers Meer, das, man muss sagen, also wie sie das auch gedreht haben wahrscheinlich, ne. Äh, also natürlich nicht auf dem offenen Meer, das ist klar, aber es ist trotzdem beeindruckend, wie, wie das hier verschmilzt mit dem CGI und, ne. Ja, aber er schafft es ja dann zu, er schafft es ja dann ein bisschen zu entkommen, also vor allen Dingen, weil das ist dann wieder das Ausschlaggebende, das Vaga so groß ist. Ja, und Aemon Vaga auch nicht so ganz unter Kontrolle hat. Mhm, beide haben. Die Drachen nicht so richtig unter Kontrolle. Mhm, fand ich sehr gut, ja. Also die haben den ja dann abgeschüttelt, wegen der, ähm, wo die da in dieser, in dieser Schlucht sind. Genau. Und ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, da ist ja, davor oder danach ist ja der Drache von, von, von Luke auf, äh, Vaga losgegangen, also der hat den ja irgendwie versucht, ähm, mit Feuer anzugreifen. Ja. Der hat sich versucht und, ja, provoziert oder versucht, sich ein bisschen zu verteidigen, weil der ist halt so klein. Ja. Ja, der ist winzig gegen den, also das ist. Und das, glaub ich, facht er dann eben auch wieder Vaga an und dann gehorcht halt Vaga auch, ähm, Aemon nicht mehr. Ja. Ja. Und dann kommt eben die Szene, wo es dann über dem Gewitter sind, wo du eigentlich denkst, okay, Ruhe vor dem Sturm oder. Ja, so ganz in Szene sind sie entkommen, ist Aemon weitergeflogen und nicht gemerkt, dass er, äh, rüber, äh, hochgeflogen ist, aber nö. Ja, Luke ist über den Wolken, ne, das. Genau. Ja. Das erinnerte auch wieder sehr an, äh, äh, hier, wo, wo Jon und Daenerys sich mit dem Nachtkönig anlegen, ne. Dann, äh, ich, oh, das geht auch so schnell, ne, Vaga kommt dann förmlich aus dem Nichts hervor. Ja, vor allen Dingen, ich glaub, Luke schaut sich ja noch nach hinten um. Und Vaga kommt dann aber von vorne. Ja. Oder, ne, 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 von der, von der Seite, nicht, nicht von vorne. Ja, irgendwie so von schräg von unten irgendwie. Genau, genau. Und, tja, zerbeißt dann, äh, Arax, glaub ich, mit einem Haps. Ja. Es ist, wir sind beide weg. Ach so, gefühlt sind wirklich beide. Ja. Beide weg. Ja. Hinweg. Also, das ging so schnell. Ja, und so leicht irgendwie. Also, einmal kurz zugebissen ist, es war ja wie, wenn du... Keine Ahnung, eine Salzstange durchbeißt. Das war so, so eine Leichtigkeit. Ja, Kinder, Kinder-Schokobongs, mit einem Haps sind die im Mund, ne? Oh mein Gott, ja. Okay, der war... Aber es war, ich fand's dann schon heftig, wo du dann so quasi die Teile vom Drachen dann nach unten fallen hast sehen. Ja, oh, das ist schon echt unangenehm, ja. Generell muss man jetzt mal darüber sprechen, dass hier Aemond so als Vaga das macht, protestiert Aemond dann ja sogar da gehen, schreit dann irgendwie, nein, Vaga, weil das ist dann jetzt irgendwie doch zu viel und im Inside the Episode sagt dann auch hier Ryan Condell, der ja auch das Skript geschrieben hat, dass er nicht glaubt, dass Aemond ihn wirklich töten wollte. Nee, eben. Wirklich aktiv töten wollte. Und ich weiß nicht, ob du es noch, ob du es präsent hattest, weil du die Vorlage jetzt ja auch nochmal nachgehört hast, weil ich hatte, glaube ich, gelesen, dass das tatsächlich da beabsichtigt war von ihm und ich find's halt so, ja, doch ein Stück besser, also weil es eben diesen, weil es ja auch Aemond einfach nochmal eine Facette oder nochmal mehr gibt und er nicht der Böse mit der Augenklappe ist, der seine Drachen auf kleine Kinder und so weiter hetzt, sondern dass er wirklich, dass es ihm einfach außer Kontrolle geraten ist, dass auch jemand wie er, der sich ja sonst immer gern als einer gibt, der die Lage unter Kontrolle hat und der auch gerne immer Stärke demonstriert und so weiter und dass ihm das jetzt aus der Hand gleitet und das letztendlich der letzte Punkt ist, der alles in Gang setzen wird. Also das ist schon krass. Das, sie haben das, also ich muss sagen, ich mag das auch. Hier ist halt wieder, was die Serie macht gegenüber der Vorlage und gerade jetzt bei dieser Szene hier muss man bedenken, also diese Vorlage, das ist ja nun mal ein fiktives Geschichtsbuch, was aus Quellen besteht und hier konnte natürlich keiner anwesend sein. Die Wachen, die haben das nur von Weitem gesehen und haben auch nicht mal wirklich gesehen, ob da überhaupt ein Kampf stattgefunden hat und dann wird natürlich auch bei den verschiedenen Versionen, die erzählt wird, auch was dazu gedichtet oder weggelassen oder was auch immer. Deshalb kann man ja auch nicht sagen, was genau passiert ist. Also sie machen ja halt was, was die Serie ja auch zum Beispiel schon getan hat hier mit Laino Velaryon, dass man halt verschiedenste Berichte hat in dem Buch und dass die Serie dann aber sich eigentlich hinstellt und sagt, ja, das ist wirklich passiert, weil sie diese Eventualitäten auch nicht ausspielen kann. Und das gelingt, also wie gesagt, das gelingt manchmal, manchmal gelingt es auch nicht, aber dazu vielleicht im Staffel-Recap mehr. Ja, also hier finde ich's gut. Hier finde ich's auch, hier finde ich's auch echt, hier finde ich's echt gut, ja. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal für den Charakterhandlungsstrang von Aemon, finde ich's toll, als jemand, der immer so eine Faszination für Drachen hatte, aber nie einen Drachen gehabt hat, dann als Kind dieses Monster da besteigt und wirklich beherrscht und dann jetzt eben bis zum Kontrollverlust. Also auch da finde ich's eine schöne Linie, die man da zeichnet von ihm in dieser Staffel. Bin gespannt, was da kommt. Vor allem haben wir hier ja auch ein Motiv, was Daemon schon in der Besprechung aufgeworfen hat auf Drachenstein. Nein, es ist zwar schwer für Menschen, Drachen zu töten, aber Drachen können Drachen töten und sie haben es auch schon getan. Man darf ja auch nicht vergessen, also Arax ist ja völlig, völlig unerfahren, nicht kampferprobt, wie ja auch schon gesagt wurde. Und Varga ist eine Veteranin von Abertausend Schlachten, ne? Also das war im Grunde genommen eigentlich auch kein fairer Kampf, ne? Es war ja nicht mal wirklich ein Kampf, ne? Ja. Die Nachricht vom Tod des Sohnes und des Drachen erreicht Drachenstein in einer wortlosen Sequenz. Wir haben vorhin eine Schwarzblende, habt ihr gedacht, dass da schon Schluss sei? Gar nicht so wahrgenommen, ne? Ich hab nicht wahrgenommen. Bei Aemon, also das war auch ein toller Cliffhanger für die Staffel gewesen. Ja gut, das wäre, finde ich, noch mehr Cliffhanger gewesen, als das, was jetzt kommt, weil, also das, was jetzt kommt, ist halt absehbar. Es ist das, woraufhin schon alles. Also vor allen Dingen, weil es wortlos geschieht. Ja. Also du hast halt nur die Melodie und du siehst halt, dass eben Daemon kommt und halt da an den Tisch geht und halt auf Rhaenyra zugeht. Und du genau weißt, also du brauchst ja nicht mal wirklich einen Ton, weil du weißt ja, welche Nachricht er überbringt und wie das wahrscheinlich auf Rhaenyra wirken wird. Ich finde, du brauchst nicht mal das Gesicht. Emma Darcy, die wenden sich ja dem, mit dem Rücken zur Kamera auf den Kamin und man sieht, also sie kämpft mit sich. Manchmal sieht es so aus, okay, brich sie zusammen, wie hält sie sich? Und dann erst zum Schluss dreht Emma Darcy das Gesicht um und es ist wirklich ganz wortlos und ganz eindeutig klar, was hier jetzt Sache ist. Das war der Anstoß. Mich hat's allerdings, musste jemand noch an das Ende von die Tribute von Pan im Catching Feier denken? Keine Leiergnerung mehr, sorry. Weil da hat Jennifer Lawrence am Ende auch so'n wirklich harten Gesichtsausdruck, der sich auch wandelt von absoluter Trauer dann in so eiskalte Entschlossenheit. Ich fand's hier, also du hast schon richtig umschrieben, Paul, man denkt erst, sie bricht zusammen, dann fängt sie sich aber doch wieder, senkt sie den Kopf, richtet sich auf und dann dreht sie sich um und hat wirklich die, ja, die kalte Wut im Gesicht stehen, ne? Ne, also, also großartige Schlussszene, vor allem, also, äh, äh, Theresia, du hast ja grad schon angesprochen, nicht nur, also klar, wortlos, aber auch komplett ohne Ton. Du hast nur den Soundtrack von Javadi. Ja. Also du hörst nicht mal, also da ist ja, sie ist ja da irgendwie in einer Ratsbesprechung oder was, da sind dann auch Lords, die irgendwie die Figürchen da auf die, auf das, auf den Tisch stellen, aber du hörst nichts, gar nichts. Ich find's toll, dass sie sich dafür entschieden haben, ich finde, dass, das rundet das Ganze auch, also irgendwie, also besser aber, als jetzt die Szene es zuvor zum Beispiel tun würde und ich finde, das ist zwar ein, also natürlich ist es irgendwo ein Cliffhanger, aber es ist irgendwie, also damit hab ich halt dann seit Mitte der Staffel gerechnet, okay, darauf wird es hinauslaufen. Ah, ja, Mensch. Und dann war's das. Da haben wir uns jetzt wirklich zehn Folgen durch diese Serie geschaut und sehr, sehr viele Minuten auch drüber gesprochen und das ist die Schlussszene der ersten Staffel von House of the Dragon. Und ich bin ehrlich, ich kann's ganz schwer in Worte fassen und ich glaube, ich brauch auch tatsächlich noch ein bisschen vielleicht, bis wir auch das Staffel-Recap aufnehmen, wie ich jetzt zu dem Finale stehe, weil es war auch nicht der große Knall, das große Ende, wie es ein Staffelfinale hätte sein können. Hat mich auch nicht restlos begeistert und ich würde auch nicht sagen, also mein Favorit, das kann ich glaube ich jetzt schon mal sagen, ist und bleibt, glaube ich, Driftmark, der Episode 7, die wir auch mit Terri sehr besprochen haben. Aber, und ich weiß es nicht, wie es euch geht, ich muss meine Gedanken, glaube ich, jetzt auch insgesamt nochmal sortieren und würde da fast auf ein Fazit für diese Folge erstmal ein bisschen verzichten und vielleicht finde ich dann noch klarere Worte in einem Staffel-Recap und ich würde es einfach mal an euch schieben, das Ganze vielleicht nochmal zusammen zu passen. Ganz selbstlos. Therese, das ist sehr nett von dir, ja. Ne, also ich kann mich vielem von dir anschließen, also für mich bleibt auch Driftmark, glaube ich, die stärkste Folge von der Serie. Bei dieser Folge, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es gab sehr viele kleine Szenen und Momente, die mir sehr gut gefallen haben, auch wieder einzelne Dialoge, wo es oftmals gar nicht so viel braucht. Ja, auch auf die ganze Staffel gesehen ist halt keine so bombastische Szene mal dabei gewesen, wie es halt eben bei Game of Thrones war. Aber ich gehe mal davon aus, dass eben jetzt die Kämpfe dann vermutlich sich dann bei Staffel zwei anschließen werden. Ja, ich habe, es ist eine versöhnliche, also was ist versöhnliche, ich habe eine versöhnliche Meinung zu der letzten Folge, sie ist jetzt nicht mein Highlight, aber ja, es macht Lust auf die zweite Staffel. Ja, da kann ich mich eigentlich dann nur ganz stumpf anschließen. Staffel zwei darf gerne kommen, vielleicht so in anderthalb Jahren dann wahrscheinlich, denke ich mal. Es ist jetzt, also Paul, ich weiß ja, ich glaube, wir hatten auch mal so drüber gesprochen, ich hatte ja ein wenig befürchtet, dass sie das hier zeigen mit Aemond und dass sie dann aber eventuell noch, äh, äh, hier Blood and Cheese noch dran quetschen oder sowas, ne? So als, äh, letzten Schock. Äh, das haben sie nicht gemacht. Es hat mir so tatsächlich gefallen, ich habe mich auch noch mal ein bisschen dran erinnert, an andere Game of Thrones Staffeln, also so reingehauen haben, haben in manchen gar nicht die finalen Folgen. Es war halt eher so Folge neun immer. Gut, die hatten wir hier auch nicht so richtig, aber, äh, in erster Linie ist es ja eigentlich ne, ja, ne, ne Setup-Folge irgendwo auch, ne? Aber zum anderen auch, ja, so, die, die kommt schon sehr gediegen daher. Das, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Äh, ich habe jetzt auch schon hier, äh, gerade gesehen in unserer Discord-Gruppe, das ist der Kollege Manuel. Schöne Grüße an dieser Stelle, wo er sehr enttäuscht ist vom Staffelfinale. Äh, da kann ich mich nicht anschließen. Es hat mir für das, was es war, schon sehr gefallen, aber es ist jetzt, es fühlt sich jetzt nicht so an wie ein, wie ein absolutes Finale. Das, das würde ich sagen. Aber es ist nichtsdestotrotz, äh, schon mit einer der besten Folgen, würde ich sagen, von der Staffel. Auf ihre Art und Weise. Ich habe die Nachricht lustigerweise auch gerade gelesen, deswegen habe ich auch kurz gestoppt, als ich mein Fazit, weil sie genau... Ich glaube, wir haben sie alle gerade gebeten. ...in dem Moment reinkam und ich glaube, ich kann es schon verstehen. Ja, ich werde meine Gedanken sortieren bis zur nächsten Folge. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt das auch gerne machen und ihr könnt das vor allen Dingen in die Kommentare tun, dann können wir die nämlich mitlesen und dann können wir auch noch mal ein paar Impulse mit aufnehmen. Schreibt uns, wie gesagt, gerne auch, was ihr insgesamt von der ersten Staffel von House of the Dragon haltet. Hat sie eure Erwartungen erfüllt? Ähm, ist sie das würdige Erbe von Game of Thrones oder sagt ihr, nein, da gab es schon größere Probleme oder das hat mich, das hat uns gestört? Das, wie gesagt, wollen wir dann auch gerne vielleicht, das müssen wir jetzt noch hinter den Kulissen besprechen, vielleicht ja sogar mit Manuel, ähm, wenn wir ihn jetzt gerade schon mal so hier mit einbezogen haben. Ja, das wär was. Ich sage vielen, vielen Dank an meine beiden Gäste diese Woche, einmal an Theresia fürs erneute Dabeisein. Ja, immer wieder gerne, danke schön. Und auch ein großes Dankeschön, wie immer, an Dom, der auch noch für das Staffel-Recap natürlich erhalten bleiben wird. Steht man nur in, äh, in dieser Art der Zweisamkeit durch. Da kann ich mich auch noch mal, ähm, schon mal hier an der Stelle dann auch, äh, also auf jeden Fall bei Theresia bedanken und auch bei den anderen, äh, die so in den letzten Wochen unsere Gäste waren. Aber ich glaube, da kommen wir auch dann im Staffel-Recap noch mal drauf, wo wir dann vielleicht auch ein paar Kommentare vorlesen. Äh, ich freue mich sehr drauf, das noch mal so in den Gesamtblick zu nehmen und, und, äh, Revue und, und Bilanz ziehen zu können. Ja. Ja. Ja, dann, äh, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao. Valamoghoulis. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.